heute mal nicht irgendwas falsch machen guck doch ins bild guck ins bild du siehst dass bereits etwas falsch gelaufen ist keine angst ich raste gleich aus ja egal ab jetzt hallo maurice hallo maxim okay drei zwei eins wie verfickt kacke ist die hardware von nintendo die ganze nacht über war dieser ds an und ich war immer noch im kampf gegen kind wurm und jetzt gerade vor dem stream denke ich mir jawohl machen wir doch unseren ds an um ultramond zu starten also ist mein ds so da läuft aber aus reflex drücke ich auf die power taste und mach den ds auf beziehungsweise ich mache ihn auf und drücke auf die power taste wisst ihr was passiert wenn man auf die fucking power taste drückt man kann zurück ins home menü steht da zurück zum home menü aber das spiel schließt sich automatisch wenn man auch nur ansatzweise ein millimeter tief oder ein mikrometer tief diese power taste herabdrückt und schon ist fucking ultramond geschlossen und alles war umsonst wieso ist das so designt dass wenn ich auf den power knopf komme nichts schließt die konsole geht nicht aus aber das spiel schließt sich von alleine nintendo ich meine hab's inzwischen mit der es wird besser gemacht da ist das nicht so aber wie konnte das damals überhaupt irgendwie so konzipiert werden dass das spiel sie schließt wenn man auch nur ansatzweise auf den power knopf kommt wenn das kind wurm nicht innerhalb von zehn minuten kommt machen wir was anderes was ist das für ein quatsch ich habe mich so geärgert gerade ich denke mir okay es hat super geklappt das tag immer noch da starten wir doch den ds boom spiel es einfach zu warum schließt sich das spiel wenn man auf die power taste kommt ich meine wenn die ganze ds ausgehen würde okay aber nein der ds geht nicht aus der ds fragte ich nur hey willst du dass ich ausgehe nein spiel es trotzdem zu so ein quatsch hallo mariko hallo max hallo happens hallo kira hallo gennen hallo hallo zum glück muss man auf einem 3d xxl die power taste gedrückt halten nein muss man nicht das ist ein 3d xxl guck spiel ist aus wie dumm ist das wie dumm ist das sieht die konsole sogar aus thomas der weise hallo hallo wut lol das ist ein new 2 ds xl das sieht er aus 300 kilometer entfernung du willst mir sagen beim nicht new muss man die power taste gedrückt halten und beim new der neuer ist warum denn new ist neuer und sie haben es schlechter gemacht halt ich mache jetzt aber direkt was anderes knuddelhof lernt jetzt eine andere thema als zauberschein habe ich mehr zeit alles geplant hallo janik die men king du bist ein pump chin und maurice du bist ein golden go aka goldengo äh was monetigo wir sind hier was lernen wir einfach kraftschub 30 ap und ich muss was umbringen 15 ap kraftreserve 15 ap aber ich darf nicht zu viel ap haben weil kindwurm verliert ihr irgendwann ap das ist eine schöne erinnerung als strahl was lerne ich rückkehr ne 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 muss kurz was lernen damit ich zauberschein nicht einsetze kanon knuddelhof kann kanon lernen oh pomelow oh pomelow ich will aus mit 20 ap ich will aus mit 20 ap ok ne ne nehmen wir einfach das oben was war das kraftreserve 15 ap weil zauberschein bringt beide kindwurm um und das kann ich nicht tolerieren diesen massengemozid hallo candy mountain hallo leddy ok jetzt das ist jetzt unser safe morgen knackst du die 200 streammarke bam und dann komme ich irgendwann um drei und nachts und spiele silent hill 2 es ist spooktober ich habe gesehen silent hill 2 kommt nächste woche raus oder oder um freitag wann kommt es raus bald und ich liebe silent hill 2 taylor du bist ein ähm barrikifa pikuda janik du bist ein sneeboss und max du bist ein fluffeluff wenn jetzt nicht das kindwurm in den nächsten 15 minuten kommt schreibe ich einen bös formulierten brief an nintendo dass sie doch bitte den 3ds nochmal neu machen sollen und die power taste nicht verbinden sollen mit spiel bitte schließen bitte schließt das spiel wenn ich auf die power taste aus versehen komme kommt irgendwann nochmal vor streamer content leddy nein was willst du mit deinem vor streamer content auf einmal hast du gestern meine frage beantwortet warum guckst du das warum guckst du so einen schmund 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 ist schmund ein wort schmund hallo philipp leddy ich sag dazu immer wenn leute das fragen wenn du weißt über was ich ein video machen soll dann sag es mir beziehungsweise dann äh frag aber ich wette jede frage die du hast habe ich ein video dazu aber wenn dir was einfällt worüber ich reden könnte auf 4 streamers dann äh bitte 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 sag es mir ja du bist wahrscheinlich du bist du bist immer da mir ist letztens eingefallen dass wir das am ersten april gemacht hatten mit den wuffels am ersten april und jetzt ist oktober wir haben am ersten april die wuffels von diesem spiel hier getauscht und jetzt ist oktober aber habe ich nicht 5 gen 5 und 6 dann gemacht nach april ja ne ich hab wir haben wuffels getauscht dann habe ich gen 5 gemacht und dann habe ich gen 6 gemacht und jetzt sind wir erst bei den wuffels wann kommt ein video zum butter chicken die frage war leddy warum du dir die videos anschaust willst du selber streamen streamst du selber was warum warum wieso weshalb hallo philipp jetzt macht halt content for us oh so wenn das ne wenn das kindwurm nicht in den nächsten 20 minuten kommt dann 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 schreibe ich einen bösen tweet und adde nintendo persönlich dann wird der bowser gucken der nintendo ceo bowser der heißt wirklich bowser jetzt macht es mich selber wütend butter chicken hallo olopoto ich habe gestern meet the feebles zu ende geguckt und das ende ist geil es ist trotzdem finde ich kein super guter film aber es ist ein film den man sehen sollte wenn man herr der ringe auch mag so als vergleich aber der film ist einfach zu die erzählstruktur ist komplett durch den wind also der peter jackson muss so auf allen drogen gewesen sein als er den film geschrieben hat aber es ist äh es war eine witzige empfehlung ich bereue es nicht ich bereue es nicht ihn gesehen zu haben wenn das kindwurm nicht in 25 minuten kommt kaufe ich mir einen weiteren ds und jage Moment mal warum suche ich kindwurm nicht auf zwei ds system gleichzeitig ah war ich im einspiel doch ich bin im einspiel hier ich habe mond gespielt gestern bis ich habe insel 2 fast abgeschlossen auf auf sonne ich könnte einfach mit zwei ds system dieses dumme kindwurm hier suchen aber dann kann ich kein wort mehr sagen weil ich mich so konzentrieren muss keinen fehler zu machen aber es kann nicht so schwer sein dieses dumme brutalander zu kriegen du hast doch dank bbj ca 47 ds systeme eben ich habe auf dem anderen spielstand kein so ich müsste halt mein entweder ein neues parasek machen oder mein parasek klonen um Zeit zu sparen kühner hallo du bist ein Satelliten Käfer Satellini ich weiß nicht wie es heißt ich glaube er hatte nie die Intention ein sehr guter Film zu sein ja oder das tolle verbiegel basteln was bringt mir das achso für das andere spiel dann dieses verbiegel basteln dauert länger als als Brutalander suchen wahrscheinlich wenn das nächste kindwurm nicht in 30 minuten kommt dann suche ich noch eine halbe stunde länger ja Gott ey ich habe die ganze warum habe ich auf diesen dummen powerknopf gedrückt es ist so eine Zeitverschwendung für die komplette Menschheit dass ein powerknopf das spiel schließt aber nicht die Konsole okay was machen wir wenn in 45 minuten das kindwurm nicht gekommen ist ich habe verschiedene optionen was wir machen können beziehungsweise wenn das Brutalander kommt weil bis ich Ultra Sonne durchgespielt habe vergeht noch vielleicht schaffe ich es bis nächsten Montag dass ich Sonne durchgespielt habe und wir die restlichen Monst fangen können und fertig sind weinen aufgeben hallo als ob ich jemals aufgegeben habe ich sage auch regelmäßig auch zwei switches gleichzeitig eben warum bin ich da nicht ich meine ich kann es erst jetzt machen weil ich erst jetzt auf Route 3 bin bei Ultra Sonne aber warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen ach ja weil ich dachte dass es nicht so schwer sein kann ein Brutalander auf Level 9 zu bekommen hallo Verox willkommen zum reinen Fruststream nein ich werde nicht Level 10 Dragoran handen wenn es das gleiche Level hier Spektrum hätte okay aber nicht bei 1 zu 40 dass überhaupt das Dragoran auf Level 10 kommt zu einem Prozent hat jemand von euch das Level 10 Dragoran gesucht über unser Leben nachdenken auch eine Option ja wo kann man das denn suchen irgendwo hier ich weiß es nicht wahrscheinlich sind da ganz viele Dratinis und dann kommt Dragoran oder also wo findet man einen Dratini auf Discord hatte einer einen Dragoran auf Level 11 gezeigt ja aber das ist genauso schlecht wie ein Dragoran auf Level 40 es ist nämlich nicht das Level 10 Dragoran also hätte er genauso gut einen Level 40er Dragoran zeigen können was ich werde dieses Brutalander vor GTA 6 bekommen ich werde dieses Brutalander heute ich habe mich weiter fest Überzeugung dass ich es heute bekomme und dann habe ich die Konsole ausgemacht ich habe die Konsole nicht ausgemacht das Spiel ist ausgegangen beschwerlicher Pfad angeln du musst auch noch angeln das heißt du hast noch nicht mal erstmal musst du hoffen dass überhaupt was anbeißt dann musst du hoffen dass es Dratini ist dann musst du hoffen dass das Dratini zu einem Prozent Dragoran ruft und dann musst du hoffen dass dieses Dragoran mit 1 zu 40 auch noch Level 10 hat Fuck Jesus wollen wir das mal ausrechnen wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass ein Pokémon an einer Angel anbeißt wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und vor allem wenn etwas angebissen hat dann sind die Blubbels weg das heißt entweder angelst du die ganze Zeit an etwas was keine Blubbels hat wo die Wahrscheinlichkeit unfassbar gering ist dass du überhaupt was anbeißt oder du rennst die ganze Zeit raus und wieder rein und raus und wieder rein dass Blubbels wieder kommen alter nein nö kurz vor dem Pfandbaum Kampfbaum hallo Pauk Blasen ist 10% ohne Blasen 1% nee das kann nicht so gering sein bei Blasen ich dachte mit Blubbels irgendwie 80% und ohne Blubbels 10% oder sowas achso du meinst Dratini kommt zu 10% bei Blasen aber dann aber ich meinte gerade was ist erstmal die erste Stellschraube ist wie viel Prozent hat es dass es überhaupt etwas anbeißt weil es kann ja auch sein dass es etwas nicht anbeißt dann hast du 10% auf Dratini dann hast du 1% auf Draguran und dann hast du 1 zu 40 auf Level 10 Draguran und wenn wir das multiplizieren kommen wir auf eine große Zahl die mich abschreckt wenn das Kindwurm nicht in den nächsten 3 Stunden kommt werde ich mein Knuddelhoff freilassen und dann den Spielstand neu laden und dann den Spielstand neu laden Was ist euer Sinn des Lebens? Brutalander Level 9 zu fangen Clip? ja Clip doch das kann ich gerne einhalten was ich gesagt habe wenn ich Brutalander nicht in den nächsten 3 Stunden finde lasse ich mein Knuddelhoff frei und starte dann das Spiel neu also den Spielstand Jgamer du bist ein Stalobor 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 Philipp du bist ein Milzer das Shiny Max sagt es mal einfach zu bekommen Hallo jetzt nicht alle auf einmal ja Paul der Alien du bist ein Klibbe wir nennen es Klibbe Leute übrigens der nächste Soul Link Stream wird am Samstag Mittag sein wahrscheinlich glaubt uns nie etwas aber wir haben geplant Samstag Mittag der nächste Soul Link Stream Centos hallo du bist das da du weißt doch gar nicht was das ist das ist ein Belectro Polopoto Polopoto du bist ein Siberio Leute beachtet die Papierkosten genau jeder der Spirit einsetzt muss bitte beachten dass ihr die Welt 0,00000000000000000000001% dreckiger macht halt wirklich wahrscheinlich sind es noch ein paar mehr Nullen aber trotzdem dafür kann ich nichts ihr drückt auf Spirit ich gebe euch nur den Knopf das heißt wenn ich euch einen Knopf gebe wo drauf steht ein random Mensch stirbt dann ist es nicht meine Schuld wenn ihr ihn drückt ich habe nur den Knopf gebastelt da drückt die Tiny da drückt Tiny erstmal drauf da drückt Tiny erstmal drauf auf den random einen Menschen um Leta King bist du das habe ich euch gesagt dass das verknüpft ist mit dem anderen Knopf der random jemanden aus der Welt umbringt das habe ich euch gesagt am Anfang einmal ne steht im kleinen gedruckten dass jedes Mal wenn ihr da drauf drückt dann naja man weiß ja nicht wer jetzt habt ihr alle ein bisschen weniger Lust wieder da drauf zu drücken können diese Kack-Kampf-Schweine aufhören zu kommen Kindwurm will auch mal kommen zu deiner Beruhigung habe ich nochmal geguckt Drago Ran kann zwischen Level 10 und 61 erscheinen Moment jetzt muss ich auch gucken gestern war es noch 40 Drago Ran zwischen Level 61 aber zum Glück ist Drago Ran lang nicht so cool wie Brutalanda ähm finde ich beschwerlicher Pfad beschwerlicher Pfad Dratini Angel blubbernde Stelle 10% Drago Ran 10 bis 66 Level 10 bis 66 Dratini 1% und ja ich glaub das wird mir jeder verzeihen wenn ich sag passt schon mach ich nicht darf man ab sofort auch zweimal ein Spirit drucken genau sau schnell sau viel Druck nein niemals das Sternzeichen gilt immer nur für den einen Tag hoffentlich fängt die Soul Link dann auch mal an Hallo die hat schon angefangen wir sind vollkommen überlevelt wenn jetzt was passiert dann ist das wirklich ultra krasse Dummheit von uns ich habe heute das Skript geschrieben für das Soul Link Video also ich mache aus der ersten Folge ein Video ja und dann vielleicht mache ich nochmal ein Video wenn wir aufgegeben haben aber das Video allein wird lustig ich bin heute nochmal durchgegangen und das ist allein der Moment wo wo er an Geduld stirbt und 5 Minuten später mein Vollriegel fast an Geduld stirbt weil ich nicht aufpasse wie geht nochmal Geduld Tackle 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 oh mein Vollriegel ist fast tot warum oder er kriegt einfach ein Rabauts darf es nicht fangen weil ich meins nicht fange dann kriege ich ein Vadribi und er ein Endivier und er darf das Endivier nicht behalten weil ich mein Vadribi nicht schaffe zu fangen und dann stürzt alles ab und dann geht meine Rom nicht und dann habe ich Missingnor im Spiel und dann kriege ich einen Mew und dann ist alles gut ja ok, hallo wenn dieses Kindwurm nicht in den nächsten 53 Minuten kommt biege ich den Bildschirm von meinem DS um 360 Grad wie lange suche ich jetzt schon? 25 Minuten fuck ich hoffe es ist die Chance für den Kindwurm 1% was eigentlich nicht so schlimm ist ich habe schon oft 1% Mons gefangen aber Kindwurm ist irgendwie so richtig asozial in Ultra Sonne, Ultra Mond nehmen die diese Prozente viel zu ernst also ein 1% Mons in Gen 1 und Gen 2 war ein Witz dagegen aber hier auf einmal nehmen sie das ernst und da sitzt irgendwo so ein kleines was ist so ein Rechen Pokémon? gibt es ein Pokémon was gerne rechnet? Mathemon? gibt es so ein Mathematikmon? Klick oder so? es sitzt da im Hintergrund im DS und zählt die ganze Zeit mit und erst nach 100 denkt es sich ja vielleicht jetzt entern, genau entern hat die ganze Zeit Kopfschmerzen weil es nur Mitternachtsformeln lösen muss in seinem Kopf Porygon kann Mathe, ja Porygon Porygon ist aber eher Mathe ich glaube nicht, ich weiß nicht ob Porygon auch gut in Mathe ist wenn man Porygon in die Augen guckt sieht man vor allem eines und das ist sehr viel Leere not a thought behind those eyes du hast ein Shiny Hut oder ein Kristall gerade gebreedet? wie? mit Shiny Garados, Shiny Ditto oder tatsächlich ohne Verbesserung? ich glaube ich habe einen Sub verpasst übrigens ich habe einen Sub verpasst Fabi ich habe es vorhin gesehen und dann hat jemand aber Spirit gemacht und dann habe ich mich über Knöpfe und Spirits aufgeregt Fabi Dankeschön Dankeschön für deinen Sub Dankeschön für... warum sehe ich das nicht? warum steht das dann nicht? ja doch sechs, sechs Monate Dankeschön mit Ditto? ok trotzdem anstrengend, weil du jedes Mal 15 Minuten breeden musst aber du hast dir Huthut ausgesucht warum Huthut? ein Huthut hat ein schönes Shiny aber ein sehr fast nicht sehr gut sichtbares Shiny du hast auch ein Shiny Felino geschafft Shiny Felino das ist zumindest rosa wenn in 83 Minuten kein Kind rumkommt verschenke ich einen Sub ok, was steht zur Auswahl? wenn ich tatsächlich dieses Brutalander nicht mehr on stream suche, sondern offline weil ich keinen Bock mehr habe euch zu quälen mit dieser schrecklichen Kindwurm suche erstmal Wahrscheinlichkeit ist 1% das Kindwurm kommt und dann ist es 1% das Brutalander kommt und dann ist es 1 zu 4 das es auf Level 9 ist also rechne 1% also 1 zu 100 mal 1 zu 100 mal 400 mal 4 also 1 zu 100 mal 1 zu 100 ist 1 zu 10.000 1 zu 10.000 mal 4 sind 1 zu 4.000 also im Moment ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 4.000 dass ein Brutalander auf Level 9 kommt wenn wir dann noch männlich und weiblich unterscheiden und man will ein bestimmtes Geschlecht muss es nochmal durch 2 teilen oder mal 2 nehmen also 1 zu 80.000 du wirst mit einem Shiny Morlord dann die Ribbon Challenge machen nice ab Gen 3 das heißt das heißt du wirst dieses Shiny Morlord dann quasi mit Drittsoftware auf Gen 3 übertragen woanders kriegst du das ja gar nicht hoch was ja okay ist ich frag nur oder weil wenn du es auf der VC fangst kriegst du es ja auch nicht runter mhm 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 also wir könnten wir müssen uns eh fragen was wir machen weil morgen werde ich sicher nicht noch weiter Kindwurm suchen die Auswahl besteht zwischen Reggie Drago und Giratina weitersuchen ja beziehungsweise Giratina und Dreierfamib suchen Ultrasonne einfach spielen was nicht interessant ist weil ich einfach mit meinen trainierten Monster durchlaufe auch wenn sie mir nicht gehorchen funktioniert es ganz gut wobei gestern ein mein Team fast gewiped ist gegen ähm zuerst gab es 2 Lusardin diese das ist nämlich ziemlich abgefahren die die Herrscher Challenge von Lusardin da kommt ein Lusardin was man besiegen muss und das ruft ein anderes Lusardin und ohne Zitterorb ruft das unendlich viele Lusardins immer wieder ähm das heißt diese Regel dass ein Pokémon nur einmal SOS rufen kann existiert da nicht also es ruft Lusardin und dann stehe ich da mit meinen Pokémon die mir nicht gehorchen weil sie Level 80 sind und wenn ich mal eine Attacke mache kelle ich eins von den Lusardins und das andere ruft sofort wieder ein neues Lusardin und ich hatte keine Flächenattacke es hat so lange gedauert ich glaube ohne schon waren 15 Minuten bis ich 2 Lusardins besiegt hatte weil die dauernd was neues gerufen haben weil ich nicht 2 Attacken hintereinander geschafft habe und dann danach kam Aranestro natürlich als Herrscher und ich glaube da ne Mantidea gegen Mantidea bin ich fast drauf gegangen Mantidea Herrscher keine Ahnung warum aber irgendwie haben meine Pokémon mir nicht gehorcht haben dauernd Verwirrung gemacht und Verwirrung bei Level 80 tut halt ordentlich weh und dann habe ich mit einem tatsächlichen Starter den Kampf gewonnen weil alle anderen getauschten Level 80 Mons verreckt sind weil sie nur verwirrt waren die ganze Zeit also manchmal kann es ein bisschen dauern aber ich würde trotzdem immer immer sagen es lohnt sich extrem überlevelte Mons rüberzutauschen auch wenn sie dir nicht gehorchen auch wenn sie dir nicht gehorchen weil du am Endeffekt so viel schneller die Kämpfe schaffst aufs ganze gesehen aber Mantidea ist ekelhaft ja und es war auch ein schwerer Kampf als ich es normal gespielt habe aber mit Level 80 Mons ist das kein schwerer Kampf mehr ich hatte halt wirklich nur Pech weil meine Pokémon mir nicht gehorchen auf Level 80 natürlich aber ich habe ja jetzt schon drei Herrscher und somit sechs Z-Kristalle keine Ahnung und es wird immer besser sie gehorchen einem immer mehr auf jeden Fall wir können entweder morgen oder später Regidrago und Giratina Shiny hunden leider ist immer noch nicht die Trophy Liste von Gale of Darkness draußen sonst würde ich gechillt Gale of Darkness mit euch spielen weil sie noch nie gespielt habe Pokémon XD Fabian du bist dein Tentacher ich bin mal gespannt ob du eine Lösung findest dass man alle Herrscher übertragen kann ich finde da keine Lösung und wie ich gestern gesagt habe ich will das auch gar nicht machen weil die Herrscher nur in dem Spiel hier cool sind wie die ganzen Mega-Entwicklungen auch in Gen 6 nur im Spiel cool sind weil die Herrscher sind ja hier riesig und sobald ich die übertrage in ein anderes Spiel oder auf Home verlieren die diese Riesigkeit deswegen lasse ich die hier im Spiel aber ich werde einmal kurz testen ob das wirklich stimmt dass ich sie nicht rüberkriege und dann werde ich einmal testen ob ob sie in Gen 9 das Titan Abzeichen kriegen aber ich bin mir sehr sehr sicher dass sie es nicht bekommen aber ich werde es einmal selber testen Carmine dankeschön für 12 Monate du hast jetzt einen Meisterball das passiert so wenn man hier ein Jahr lang feststeckt Dankeschön wie ist das biologisch möglich was ist biologisch möglich dass sie größer sind dass sie schrumpfen was meinst du dass man ein Jahr lang hier zuschaut das ist biologisch eigentlich unmöglich das Gehirn nimmt so viel Masse ab schrumpfen wie schrumpfen es gibt halt in dem Spiel wird halt gesagt oh ein Herrscher das Pokemon ist riesig diesen Wert gibt es nicht mehr in neuen Pokemon Spielen dass ein Herrscher riesig ist also schon aber es ist halt eben nicht so leider aber ich werde es testen ich glaube nicht und Herrscher in Gen 9 haben ja auch nichts mit der Größe zu tun also viele Herrscher haben die maximale Größe aber zum Beispiel Tornupto der Herrscher Tornupto ist extra klein warum auch immer sie das gemacht haben ich weiß nicht was die Lore dahinter ist warum Herrscher Tornupto einfach die kleinste Version ist Tornupto Tornupto ok wenn das Kindwurm nicht in den nächsten 4 Minuten kommt dann haben wir 40 Minuten gestreamt ohne ein Kindwurm gesehen zu haben genau was können wir noch machen wir können anfangen aber das will ich eigentlich als Einstream machen die schlechtesten Pokemon Spiele zu spielen die es gibt und ich weiß das tun wir gerade schon aber ich meine nicht Main Game Spiele da habe ich 3 da habe ich 3 Spiele ausgesucht bei denen sich jeder einig ist dass es die schlechtesten Pokemon Spiele sind 2 davon könnten wir schon spielen das 3 muss erst in der Post ankommen beziehungsweise das Mikrofon dafür muss erst in der Post ankommen 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 9 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 13 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 Toasty Toast hat das mit Palkia gemacht. Also Palkia im Urball, also ja im Urball, im Jubelball, im Meisterball, im Tauchball, im Safariball, im Freundesball und so weiter. Und es kann sogar ziemlich schwer und kompliziert sein zwischendrin, weil es halt nicht in jedem Spiel alle Bälle gibt. Beziehungsweise da wo es die Bälle gibt, gibt es das Pokémon nicht und so weiter. Und dann gibt es trotzdem Wege, das zu machen und so. Durch Glitches und so weiter. Das Video ist ziemlich interessant. Sir Toasty Toast mit Palkia in jedem Ball gefangen. Alola Marco. Ich kann mir nichts Unnötigeres vorstellen. Das denken manche Leute sich auch bei Krok sammeln. Felino Morlord gibt es auch nicht im Jubelball. Ich meine, durch Glitches geht alles, weil du durch SRM einfach... Ne. Ich will ja mal SRM sagen, aber SRM ist was anderes. Ähm, ACE. Durch ACE kannst du ja alles machen. Und somit könntest du das trotzdem schaffen. Pokémon Masters X ist auch Müll. Das ist auch eine subjektive Einstellung, weil viele Leute lieben Masters X. Was glaubst du, warum das Spiel immer noch so viele Updates kriegt und so erfolgreich ist? Ich rede von drei Pokémon-Spielen, wo keiner sagen kann, wow, das ist ein gutes Pokémon-Spiel. Und es gibt halt wirklich nur drei davon. Bei dem einen... Eins ist noch auf der Liste, wo auch alle immer sagen, das ist schrotten, das ist Pokémon-Channel. Aber ich finde, es gibt genug Leute, die sagen, Pokémon-Channel ist ein lustiges, sehr einzigartiges Pokémon-Spiel. Auch wenn es seltsam ist, weil du machst nichts anderes als fernschauen. Aber es ist halt doch mehr als nur fernschauen. Es ist fast wie ein... Halt wie so ein Heavy Rain, so ein Spiel, wo man nur... Es ist fast... Es ist eigentlich ein Click-and-Point-Pokémon-Spiel. Pokémon-Channel. Ich finde Pokémon-Channel... Man, ich kann verstehen, dass Leute das Schrott finden, aber es ist... Ich finde es zum Beispiel cool. Ich fand Pokémon-Channel war echt lustig zu spielen. Aber Master 6 habe ich auch mal angefangen. Ich finde, es ist kein schlechtes Spiel. Mich interessiert es halt nicht so sehr, dass ich mich da jetzt jeden Tag rein hinsetze. Dafür ist Pokémon Go schon da. So, wir sind schon... Ich habe es am Anfang ernst gemeint mit... Ich probiere es jetzt 10 Minuten lang zu finden. Aber zuerst muss ich wissen, was ich an Stelle mache, wenn es jetzt echt nicht kommt. Pokémon Shuffle. Was war nochmal Pokémon Shuffle? Pokémon Shuffle. Was war denn nochmal Pokémon Shuffle? Die drei Spiele habe ich schon ganz oft gesagt, die ich die drei schlechtesten Pokémon spiele. Das ist einmal Hey You Pikachu. Das ist das, wo ich noch auf das Mikrofon warte, weil mein japanisches Mikrofon nicht mit dem englischen Hey You Pikachu funktioniert. Was eine Unverschämtheit ist. Als ob ein Mikrofon nur japanisch versteht und das andere Mikrofon nur amerikanisch versteht. Es ist hoffentlich im Spiel drin, welche Sprache es versteht und nicht im Mikrofon. Aber es geht nicht. Deswegen muss ich warten, bis das auf Ebay kommt. Nee, Hey You Pikachu ist mit Abstand das schlechteste Pokémon-Spiel, das jemals gemacht wurde. Und dann gibt es noch Pokémon Dash. Das ist sogar hier. Da habe ich schon Pokémon Dash. Und dann habe ich noch eben auf dem PC, was nur mit Windows 95 funktioniert, Pokémon Play It. Das ist ein TCG Pokémon. Das ist quasi Trading Card. Nur für ein PC damals gewesen und hat null Content. Und ist, glaube ich, mit Abstand das hässlichste Spiel, das ihr jemals gesehen haben werdet. Wer es noch nicht kennt. Da denkt man sich wirklich, wer hat sich da hingesetzt und gesagt, ja, das sieht gut aus. Das hat nichts mit Grafik zu tun, wo man sich drüber streiten könnte. Sondern ihr werdet alle so, ihr werdet die Hände vor die Augen tun und sagen können, tu das weg, es ist so hässlich. Pokémon Rumble. Pokémon Rumble wollte ich auch einmal testen unter dem Dach als der schlechtesten Spiele. Aber das funktioniert leider nur mit Wii. Wii Emote. Wii Mode. Und ich habe keine. Und wenn, dann will ich das erste spielen und nicht Rumble World. Ist Rumble World für den DS? Weil dann kann ich alternativ Rumble World einmal testen und spielen. Aber das Rumble Spiel, das allererste, ist halt ein großes Shiny Hunting Spiel für Leute. 3DS. Okay, vielleicht schauen wir uns das dann noch an. Aber ich glaube eigentlich, dass ich mit Rumble Spaß haben könnte. Ich habe einmal dieses Pokémon Dash kurz ausgetestet und allein das Tutorial war schon eine Frechheit. Dass ich schon gar keinen Bock habe mehr weiter zu spielen. Was ist mit Pokémon Tasten Abenteuer? Das ist doch großartig, da lernt man wie man eine Tastatur benutzt. Es gibt auch Pokémon, diese Picross Reihe, wo man einfach nur Pokémon mit Malen nach Zahlen malt. Aber es ist ja trotzdem kein schlechtes Spiel. Es ist halt, man denkt sich halt, wofür braucht die Welt sowas? Aber es gibt genug Leute, die das spielen und Spaß haben. Aber die drei, die ich genannt habe, sind halt einfach, du startest das Spiel und denkst dir, wie? Wie hat jemand zugelassen, dass dieses Spiel überhaupt veröffentlicht wurde? Okay, ich mache jetzt echt noch 15 Minuten. Wenn dieses Kindwurm in 15 Minuten nicht kommt, dann gebe ich auf für den Stream. Für euch, weil es ist ja mal sowas von langweilig. Die ganze Zeit noch nicht mal das zu sehen, nach was wir suchen. Ja, vielleicht will ich das auch irgendwann machen, dass ich Cedra King in jedem Ball fange, der möglich ist. Aber heutzutage mit Gen 9 ist das halt kein Problem mehr, weil es in Gen 9 jeden Ball gibt, sogar den Turnierball. Und du kannst es halt dann nur deinen Jubelball nicht fangen, weil das Eventbälle sind. Und deswegen ist das gar nicht mal so besonders, außer man macht es halt mit alten Spielen. Da ist es dann halt schwieriger. Und mit Legis, weil dann ist es auch halt schwieriger. Weil versuch mal so viele Mondbälle zu haben, dass du darin ein Rayquaza fängst oder sowas. Das heißt, du musst jedes Mal Rayquaza ansprechen, einen Mondball schmeißen und dann neu starten. Weil wo sollst du 30 Mondbälle herbekommen und so? Legis in Gen 8. Stimmt, in Gen 8 sind Legis auch ein Witz, weil du dann einfach jeden Ball einmal nur schmeißen musst, wegen den Dynamax-Abenteuern. Ja, korrekt. Korrekt, deswegen. Switch verbieten und schon ist es auf einmal sauschwer. Ansonsten habe ich auch, will ich bald Pokémon Minus machen. Pokémon Minus spielen, falls ihr Pokémon Mini kennt. Ich habe mir einen Pokémon Mini bestellt auf Ebay. Für 100 Euro. Das ist quasi eine eigene Konsole, nur für Pokémon Spiele. Aber das sind so Tamagotchi Spiele. Also von der Grafik her Tamagotchi Spiele. Das sind so Pixelspiele, so wie Mr. Game & Watch Spiele. Und ich will jedes Pokémon Mini Spiel spielen und alle Trophäen dafür mir besorgen. Und das ist glaube ich sogar sackenschwer, weil das halt so Oldschool Spiele sind, wo man tatsächlich gut drin sein muss. Ist aber optisch leider nicht so viel Spaß zuzugucken, weil es halt wirklich Pixels, also der Bildschirm hat glaube ich 10x10 Pixel, also ohne Schmarrn. Das sind halt so, wie man sich einen Tamagotchi vorstellt. So groß ist der Bildschirm von dem Spiel. Pokémon Mini. Ich habe den bestellt in Endivir Grün. Es gab Endivir Grün, Felino Blau. Rot gab es glaube ich auch oder Orange. Du hast Shiny Dialga nach 200 Tris in Abenteuern gefunden. Sehr gut. Hallo JJ. Hallo Anne. Man, ich will aber Kindwurm jetzt nicht aufgeben. Aber es ist doch so ein Dreck, dass ich jedes Mal buchstäblich eine Stunde suchen muss, dass ein Kindwurm kommt. Ich suche seit 50 Minuten. 10 Minuten gebe ich ihm noch. Dreck. Sohn. Ah, nein. gestern Konzert war sehr geil es war eines der lautesten Konzerte auf dem ich jemals war das war Zufall jetzt was mit der Chain von gestern ja du warst am Anfang nicht dabei der Stream hat so gestartet dass ich mich 10 Minuten aufgeregt habe denn kurz bevor ich den Stream gestartet habe habe ich aus Reflex auf die Power Taste von meinem DS gedrückt nur kurz, nur kurz um ihn anzumachen, aber er war ja schon an und was passiert ist wenn man einen DS berührt mit der Power Taste, dann geht der DS nicht aus, aber das Spiel schließt sich was sowas von Gehirn dumm ist von Nintendo, dass sie das so programmiert haben, es ist so dumm ich habe mich so geärgert und bin dann live gegangen mit dieser Emotion, dass ich gerade 124 Resets Kindwurm einfach ausgemacht habe wir hatten einfach bei Kindwurm weitergemacht wir waren mittendrin aber das dumme Spiel schließt sich wenn ich aus Versehen auf den Knopf komme und jetzt sitze ich wieder seit einer Stunde hier und suche einen Kindwurm der Konzert war geil wir haben gestern Apokalyptiker angeschaut es war eine sehr coole Location es war so ein richtiges Theater wie man es kennt so mit roten Stoffen die vor der Decke hängen und halt diese diese lachende Maske und die traurige Maske auf den auf den Wänden und sowas so ein richtiges Theater da war Apokalyptiker wer Apokalyptiker nicht kennt das sind drei Cellisten die Metal machen also wer Apokalyptiker nicht kennt wohnt auch unterm Stein und die sind zur Zeit auf Tour mit ihrem Metallica Album also Apokalyptiker ist unter anderem dafür bekannt dass sie Metallica Lieder covern mit Cellos und die haben nur Metallica Cover gemacht gestern und es war richtig richtig also ich habe erwartet also Rosa hatte ich schon ganz oft gesehen das ist Rosas Lieblingsband Rosa hat die auch schon getroffen und sowas aber ich habe die noch nie live gesehen ich habe so erwartet dass die auf ihren Stühlen sitzen und dann Cello spielen nur halt Metallica aber alter ging das ab die gingen so krass ab und der Sound war so knackig und so gut und diese Cellos klingen so geil wenn man die übersteuert und das war richtig krank gut einzige Kritik und Rosa hat es auch gesagt es war zu laut was eigentlich krass ist ich war schon echt auf vielen Konzerten und ich war auf schon sehr lauten Konzerten mein lautstes Konzert war Fear Factory im Backstage in München das war wirklich schmerzhaft aber das gestern war auch schmerzhaft das war so laut weil diese Halle so dieses Theater so klein war und diese Boxen da von Metal Konzerten sind so riesig mir stand perfekt schön in der Mitte davor vor mir stand einer der hat jedes zweite Lied mit einer GoPro komplett gefilmt wo ich mir auch dachte also ich würde am liebsten mich beschweren aber Respekt man dass du einfach 10 Minuten deinen Arm am Stück hoch hältst um zu filmen da kann ich gar nichts dagegen sagen aber mein Junge du nervst tu deinen fucking Arm runter ich will was sehen ähm es war so laut es tat manchmal so weh aber es war echt krass gut also Respekt dass sie mit drei Cellos so einen Sound hinkriegen und die Lieder auswahl ne auch ne Master of Puppets Battery äh Sankt Anger sogar die ganzen Metallica anderthalb Stunden Metallica Katalog hoch und runter und das geilste da ist da singt keiner das ist alles mit Cellos und Schlagzeug aber halt die Menge die Zuschauer singen halt mit den Text den James Hetfield singen würde so und dann es war richtig richtig geil Und im November schauen wir Solstafir an, die nicht viele kennen. Solstafir ist eine isländische Band, die mega mystisch und sehr, 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 sehr cool ist. Wann war's das an Konzerten dieses Jahr? Reicht auch. Noch 5 Minuten gebe ich dem Kackwurm. Hey, es hat die gleiche Anzahl an Buchstaben. Kackwurm. Genau die gleiche Anzahl. Ja. Kindwurm, ich lasse dich längst liegen, wenn du jetzt nicht kommst. Ich brauche dich nicht. Keiner braucht dich. In meiner ganzen Liste hier nebendran ist kein Kindwurm drin. Glaub nicht, dass ich dich will. Ich brauche keinen fucking Kindwurm. Ich lasse dich auch einfach ewig lang im Gras sitzen und werde niemals deinen Papa fangen. Ich brauche dich nicht. Kann kein Zufall sein mit Kackwurmen. Sag ich auch. Also am Samstag Solink mit Pappnase. Und am Sonntag... Ich weiß es nicht. Aber ich will eigentlich Zelda auch streamen. Und dann will ich auch Silent Hill 2 streamen. Aber ich weiß nicht, wann ich all diese Sachen machen soll. Noch 3 Minuten, Kindwurm. Noch 3 Minuten, Kindwurm. Interessiert mich aber nicht. Dann kommt es halt nicht. Wer braucht... Ich brauche es nicht. Ich brauche keinen Brutalander auf Level 9. Mein Gott. Hol ich es mir halt ohne, dass Leute zuschauen. Hol ich es mir halt, während ich einen Film gucke. Interessiert auch keinen, dass ich das live finde. Hol ich es mir halt, wenn... Wenn ich einen Film gucke. Irgendwann mitten in der Nacht. Irgendwann. 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 Zum Horror. Kackwurm. Kindwurm, bitte. Noch 2 Minuten. Ich höre wirklich auf. Ich höre... Auf... Also ich... Um Punkt... Eine Stunde streamen. Höre ich auf, Kackwurm. Brauchst du nicht glauben, dass ich das jetzt nur so bluffe? Ich zähle bis 3. Ich zähle jetzt bis 3, Kackwurm. 1, 2, 3. 5%. Ihren Counter Rate aus 1% fühlt sich aber an wie 0,1%. Hallo, Beast. Hallo, Star Demon. Beast, du bist ein Seiltigant. Kindwurm. Wommel. Hallo, Yoshi. 5%. Hallo, Tsurumi. Noch eine Minute hast du, Kindwurm. Noch eine Minute. Ich gebe dir nicht länger. Das heißt, 2 Stück können wir uns vielleicht noch anschauen. Wenn überhaupt. Ich mache die Konsole aus. Wenn eine Stunde Streamzeit vorbei ist, mache ich die Konsole aus. Was dann? Ich weiß es nicht. Repel Trick. Ähm. Ich glaube, das hätte mir schon jemand gesagt, wenn das gehen würde. Okay. 3, 2, okay. Das zählt noch. Kindwurm. Keiner braucht dich. Keiner braucht Kindwurm. Keiner braucht Kindwurm. Keiner braucht dich. Repel Trick. Lass mich kurz überlegen. Repel Trick macht keinen Sinn, ne? Weil Repel sorgt dafür, dass ein Pokémon blockiert wird. Und die Pokémon, die hier erscheinen, sind alle zwischen 9 und 12. Alle. Wenn Kindwurm das einzige wäre, das auf Level 12 erscheinen würde und alle anderen drunter, dann würde es gehen. Aber wenn es andersrum ist, also wenn Kindwurm das einzige ist, was auf Level 9 erscheint und alle anderen drüber, ist es unmöglich. Aber es sind sogar alle exakt gleich. Level 9 bis Level 12. Du kannst natürlich nicht repellen. Was machen wir jetzt? Ich sehe das nicht ein. So oft habe ich das jetzt schon gefällt, dass ich diesen Kampf einfach irgendwie abgebrochen habe. Ohne, dass ich Schuld habe. Marco, du bist ein Golbit. Aquatic Star Demon, du bist ein Elektroball. Pumpkin, du bist ein Rettan. Und Zorumi, du bist ein Donphane. Nö. Also. Dann. Mach ich jetzt. Regie Drago und Giratina. Was ist der Falsche? Was für Kaka. Wir nennen es Kaka. Bin ich überhaupt vor Regie Drago? Bin ich da irgendwie weggegangen? Bin schon da, oder? Bin ich 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 da, oder? Maxim, du bist auch ein Golbit, was soll das denn? Und Maury, 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 oh mein Gott, du bist ein Shiny Mel-Metall, wow. Was ist denn das gemacht? Okay, 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 JJ, JJ, du bist Infineon. Ich habe hier gebrütet, ich stehe hier falsch, aber wir müssen ja einfach nur hier hin zurück. Äh, wo war das? Hier, oder? Soll ich Platin jetzt auf dem DS spielen? Das ist die gleiche Auflösung. Nehmen wir den anderen. Vielleicht kommt dein Regigigas ja heute. Maybe. Kind, Kack, Kack, Kindwurm. Kackiwurm. Kackiwurm. So, wo ist der DS-Viewer? Da. Da. So. Hallo? Geht das? Hallo? Hoorng. Ja. Das ist so. Oh. Da. Da. Das ist ja. Die tiểu. Aber da. 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 So, das sollte alles funktionieren jetzt. Wo ist da? Mit welchen Pokémon habe ich das überhaupt gemacht? Mit was habe ich gegen Reggie, Drago? Haben wir den hier? Oder? Ja. Wie viele Resets hast du bei Reggie Gigas denn schon? Warte, ich sehe das doch unten. Das, das, das. Warum machst du nicht jedes Mal das Zeichen, Leo? Ist doch voll einfach. Nein. Das ist eben nicht. Schau. Nix geht. Ist das da oder was? Hä? Was ist das? 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 Hä? Das? Das? Hä? Welches ist es? Das? 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 Ups. Achso. So? 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 Hä? Welches ist es? Hä? Hä? Das hatte ich doch gerade. Nein? Okay. Dann speichern wir hier. Ja, 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 ja. Falscher Reggie? Ne, dat wär ja dat falsche. Okay, okay, warte, sind wir... Okay, Gerotin hat gezählt. 1, 5, 7, 0. Ich glaube, wir haben auf 1, 5, 6, 9 geendet, oder? Stimmt schon. Okay. Jetzt wieder los. Was hast du gebreedet? Weil mehr. Ich brauche immer noch... Weil mehr. Weilort habe ich. Ed. Du bist ein, äh, Serapendra. Und Leddy, du bist ein, ähm, Skaluk. Weil mehr. Und in BDSP breede ich Radfratz. Wolltest du immer schon mal sein. Gut. Gut, gut, gut. Was wären wir Musik? Apokalyptiker? Wenn ich vorhin schon drüber geredet habe. Mal schauen, ob ihr es erkennt. Nicht Apokalypse. Wolltest. Ja, das kennt man doch bestimmt, oder? So klingt es aber nicht gestern. Es ist tatsächlich traurig. Weil ich nie so viele... Ich habe nie wirklich Metallica gehört. Das heißt, die haben gestern da alle so mitgesungen. Und ich so, ja, Master. Im Park kenne ich natürlich schon. Aber ich habe viele so erkannt vom Sound. Aber ich hätte ja nicht sagen können, wie das Lied heißt. Und mitsingen konnte ich erst recht nicht. Unforgiven 2. Wusste ich gar nicht, dass das existiert. Ich dachte, es gibt nur eins. Ja, machen wir das da. Sankt Anger. Hallo Suppressor. Dankeschön für deinen Prime. Drei Monate. Dankeschön. Live klang es, glaube ich, aber besser. Live klingt immer besser. Wenn es gut gemacht ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da scheuchen wir die ganzen Leute. Jawoll. Wer braucht schon Menschen, wenn man Reggie Drago hat? Live besser, weil vom Band. Da nicht. Da nicht. Ja, das glaube ich reg mich dann doch auf jetzt, wenn wir das hören. Erstmal eins machen, was hier mir wenigstens jeder erkennt oder so. Das da. Von 2000 schaffe ich. Unforgiven. Das war ich dann auch so. Unforgiven. Und deswegen, das klingt halt alles sehr so klassisch. Deswegen dachte ich so, ja, die werden da einfach sitzen und diese Musik machen und es wird mega cool klingen oder mega schön klingen. Aber das, ich kann ja nicht beschreiben, das hört sich nicht so an live. Live ist es so richtig verzerrt und die stehen da und knattern dir so die Seiten voll vor den Kopf. Bis zu Boom. Wow. Ich habe nie gedacht, dass Cellos so einen Druck haben können. Stimmt, und hier ist kein Schlagzeug. Die haben ja Schlagzeug dabei auch. Mhmmmm. Mhmm. Bing 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 Bing. Mhmm. Mhmm. Gelbm. Mhmm. beim Bingo ich mein Shiny Igelava gefunden habe in Alpha es ist anscheinend nichts mehr besonderes heute nicht so groß wie du damals aber du hast auch ein Shiny Elite gefunden, also es ist so groß wie meins meins war ein Igelava ja und Hauptsache groß kann ja mal nicht schräg stehen mein Charakter ... ... ... ... ... ... Ich habe jetzt erstmal mehr Fokus auf Vervollständigung vom Elite-Decks und mache nebenher dann Burmi und 100%-Decks. Ja, Elite-Decks wäre schon auch was Feines, aber irgendwie schrecken mich die Elite aus der Verzerrung so ab. Ich hätte Bock, wenn die Verzerrungen-Mons nicht wären. Weil es ist so schon krass genug, Elite zu finden von allem, was es gibt. Aber dann auch noch unsere Verzerrung? Ich finde, das ist zu frustrierend. Aber auf 100% freue ich mich. Sobald wir einen Release haben von Legends, weiß ich, wann ich mich da ransetzen muss. Wie lange brauche ich für ein 100%-Decks in Legends? Monat? Drei Streams? 30 Streams? Weil die Pokémon habe ich ja alle. Sollte kann ich es hier mal aus Home rüber tun. Also ich muss jetzt keinen Porygon im Spiel fangen, weil ich mir einfach einen Porygon geben kann. Aber trotzdem muss ich dann es im Spiel entwickeln. Es im Spiel... Eben, das geht zum Beispiel nicht, wenn ich keinen Porygon habe, das ich entwickeln kann, weil es mein Origin-Decks Porygon ist. Dann muss ich nochmal eins fangen und entwickeln und Upgrades sammeln. Und dann 30 Mal die Attacke anschauen und was nicht alles. Ist zwei Pokémon scheinbar nicht ein bisschen anstrengend für die Konzentration? Ja, ist halt Multitasking. Also es ist nicht schwer, weil du musst die ganze Zeit nur einen Knopf drücken. Aber ich würde eher behaupten, es ist gut für die Konzentration. Multitasking ist gut, um fit im Kopf zu bleiben, würde ich sagen, oder? Was ist falsch daran, sich zu konzentrieren? Hedge Goodman, hallo. Die Idee ist, den 100%-Decks dann mit den Alphas zu machen. Ja, das wäre cool, wenn der Decks an dem Pokémon hängen würde. Tut er aber nicht. Also dem Decks ist ja egal, mit welchem Porygon du das machst. Also ich meine nur, ich habe keine Genugtuung dann dafür. Weil, also cool wäre es, wenn dann das Pokémon so ein Abzeichen kriegen würde, wo steht, du hast mit diesem Pokémon den Pokédecks vervollständigt. Aber ist ja nicht so. Vor allem, weil es gar nicht geht. Aber... Und ich habe ja auch mein Deck schon sehr weit und viele meiner Mons sind ja auf 100%. Aber ich weiß, was du meinst. Vor allem, wenn man das von Anfang an so macht, wäre cool. Legends Arceus komplett durchspielen, nur mit Alphas. Weil dann kannst du sicher gehen... Nicht mal dann kannst du sicher gehen, weil viele von den Pokédecks-Einträgen sind ja... Du musst eine gewisse Attacke sehen. Und es muss noch nicht mal dein eigenes Pokémon machen. Aber wenn die ein Abzeichen dafür kriegen würden, dann würde ich das sofort auch machen. Hallo Maure Dieven. Hallo Maure Dieven. Okay, jetzt hören wir tatsächlich einfach nur Klassik. Requiem in D-Moll. Dankeschön, Instantly Drop. Dankeschön, hallo. Isar, du bist ein Vibrava. So, was wollen wir hören? Wollen wir eine Bibi-Bloxberg-Folge anhören? Wollen wir... Ich kann euch Solstaff hier mal zeigen. Ist aber sehr chillig. Du musst hier Purze füttern. Pass auf, dass es nicht Geduld macht. Das Drextier. Auf Level 3 sollte man nicht Geduld können. Tschüss Prani. Ich hab's zweimal versucht und schaff's nicht durchzuspielen. Schild, lohnt es sich, es doch zu tun? Warum hast du's nicht geschafft, es durchzuspielen? Was hast du denn versucht? Lohnt es sich? Ich meine, wenn du Lust hast, es durchzuspielen, lohnt sich's. Wenn nicht, dann lohnt sich's nicht. Ich weiß nicht, woran du das ausmachst, ob es sich lohnt, ein Spiel zu spielen. Am Spaß, oder? Hast du Spaß, dann spiel's. Charakter, stell dich jetzt mal gerade hin. Du machst mich fertig. Ich weiß nicht, es macht nicht so richtig Spaß. Die Boxen nerven irgendwie. Es ist halt die Boxen nerven. Was nervt denn an den Boxen? Es ist teilweise schon schön gemacht. Lohnen, zum Beispiel, was so am Ende kommt und wie das Shiny-Farm ist. Also ich liebe Schwert und Schild, wegen dem Shiny-Hunten. In Schwert und Schild ist die schnellste Methode, Shiny zu brüten. Also wenn du Shiny-Breeding magst mit Masuda, dann geht das in Schwert und Schild sehr schnell, weil das Fahrrad perfekt ist. Weil es einfach super einfach ist, einfach gemacht ist. Warum hast du den Begriff Shiny-Farm? Weil es so voll ist, wegen den Jobs. Welche Jobs? Welche Jobs? Welche Jobs? Shiny-Farm klingt ein bisschen falsch, weil es klingt so, als ob die Shinies einem egal sind. Breeding und die Methode, die halt alle lieben, weswegen sie Schwert und Schild spielen, ist Dynamax-Abenteuer, wo du Legis Shiny-Hunten kannst mit 1 zu 100. Und das ist sehr taktisch, nicht so leicht, aber auch nicht so schwer. Und das kannst du nur machen, wenn du das zweite DLC hast. Du musst das Spiel nicht durchgespielt haben dafür, aber du musst das zweite DLC haben. Na, man hat doch die Möglichkeit, die Pokémon wegzuschicken und dann gibt's Items. Mein Gott, ich hab Angst gehabt, dass du das meinst. Ich hab noch nie einen Poké-Job gemacht. Und ich glaub, niemand hat das jemals gemacht. Warum machst du das? Wenn dir das nicht gefällt, dann mach's doch nicht. Niemand macht Poké-Jobs. Was will man da überhaupt machen? Du schickst Pokémon weg, um was zu bekommen? Items, die überall rumliegen? Keiner macht Poké-Jobs. Ich hab sogar, glaub ich, eine Zeit lang vergessen, dass die existieren. Ich dachte, da gibt's Items, die man brauchen könnte. Nö. Ich spiel einfach die Story durch. Fang coole Pokémon, entwickle coole Pokémon. Und wenn du dann Bock hast, kannst du Shiny hunden. Legis. So wie das hier. Regidrago. Shiny Breeden. Dynamics Abenteuer. Pokédex vollmachen. Schiller Pin holen. Die Naturzone ist eigentlich echt cool gemacht. Die verbessern die Werte der Pokémon. E-Vs? Die Jobs verbessern E-Vs? Oder I-Vs? Bestimmt E-Vs. Okay. Du meinst die Werte, die man innerhalb von wenigen Sekunden einfach selber aufleveln kann? Es gibt auch keinen guten Grund, um Poké-Jobs zu machen. Wenn du einfach Kalzium benutzen kannst oder Kronkorken. Also wenn sie I-Vs steigern, dann okay. Weil Kronkorken sind nicht einfach zu holen. Trotzdem, ich glaube nicht, dass sie I-Vs steigern. Das wäre ein bisschen hart. I-Vs oder XP-Farm, das sind die einzigen Vorteile. Ja, aber du hast doch... Beides geht einfacher und schneller, wenn du es normal machst. Ohne Poké-Jobs. Das letzte Pokémon-Video von Mango war großartig. Da hat ein Mädel auch nur Wettbewerbe, Knuspe und Bänder gefarmt. Wer ist Mango? Knuspe habe ich ja auch letztens gemacht. Das ist ja auch so ein... Knuspe ist echt so ein Ding an sich gewesen. Aber es war cool, das einmal machen zu müssen für die Achievements. Hallo, Hawk. RVNX Mango. Gehe ich trotzdem nicht. Ich gucke. Ach der, der Deutsche. Der macht Pokémon-Content? Nee. Hmhmhm. Hmhmhm. Hmhm. Ich spiele gerade auch Schild durch und das ist alles nur für ein einziges Summer Center im Pokéball. So ist das. So muss das sein. Ich habe Schild und Schild auch vier, fünfmal durchgespielt. Nur für... Und werde es noch tun müssen. Nur für nochmal machen müssen. Nur für einzelne Legis, die man entwickeln muss und was nicht alles. Wie haben dir die Sinner-Remakes gefallen? 0,0. BDSP ist schrecklich umgesetzt. Eine Beleidigung für die Originale. Sie sehen nicht nur hässlich aus. Sie hätten Sachen reintun können, die das Spiel tatsächlich besser macht. Die zum Beispiel im Platin drin waren. Sie hätten... Die Steuerung. Die Steuerung ist das Schlimmste. Das zweitschlimmste ist der Look. Das drittschlimmste ist, dass sie die Sachen aus Platin nicht einfach reingetan haben. Das ist einfach ein durch und durch schlechtes Remake. Wenn man aber einfach nur vanilla, casual... Ein Remake von Gen 4 durchspielen möchte, dann ist es nicht schlimm. Aber wenn du auch nur ansatzweise irgendwas grinden willst, wie Shinies... Oder irgendwas, ist es so schrecklich wegen der Steuerung. Das Traurige ist, dass mein DLC nur für Schwert gilt. Das heißt, für das zweite Ross und Regieric muss ich dann nochmal Schwert spielen. Ja, das mit dem Ross ist nervig. Weil, soweit ich weiß, kannst du... Halt hier Zwiebelkönig und Pferd nur fangen, wenn du Champ bist. Aber Regie Eliki und Regie Drago kannst du jederzeit fangen. Solange du die drei Regies dir holst. Und das geht sehr schnell. Ich habe hier das Spiel ist nicht durchgespielt. Aber wenn ich jetzt Koronospa fangen wollen würde, müsste ich Champ werden. Und das ist halt nervig. Aber ich habe auch kein zweites DLC. Ich habe Schwert erst vor kurzem hier gekauft. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Aber ja, für Phantaros... ...wird es auf jeden Fall schneller gehen, wenn ich sowieso Schwert auch spiele. Dass ich dann das DLC einfach nochmal kaufe. Oh, das ist aber echt gemein. Zählen die beiden Röster als separate Pokémon? Naja, das eine heißt Phantaros und das andere heißt... Äh... Phantaros und... Hä? Phantaros? Phantaros und... Warum fällt mir der Name nicht ein? Polaros. Ja, Kyroros... Phantaros und Polaros, ja. Also... Ich meine, sie heißen unterschiedlich. Ich glaube, das ist der erste Anbiets, dass das zwei verschiedene Pokémon sind. Ich habe vorgestern strahlender Diamant angefangen und gestern Abend habe ich meinen DS rausgekrammten Platin neu gestartet. Sehr gut. Weil es ist das gleiche Spiel. Sie haben nichts dran geändert. Also, sie haben schon ein paar Sachen geändert. Natürlich. Wie der Untergrund und sowas. Aber zum Beispiel die Steuer... Also... Man hat sehr schnell erfahren, sehr schnell rausbekommen, dass Ilka einfach original Diamant und Perl genommen hat. Den gleichen Code. Und einfach nur in... Wie heißt die Engine? Origin? Nee. Äh... O... 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 Opiate. Die Engine mit O. Wir haben einfach den Code rüberkopiert in die Engine. Und dann halt neue Texturen gemacht, neue Modelle. Und nichts geändert. Bis auf die neuen Sachen, die sie eingeführt haben. Das heißt, du hast die gleiche Steuerung, nur... In der Origin... Was heißt nicht Origin? O... Geil. Ähm... Und die Leute haben das gesehen, ne? Die Leute haben das Spiel runtergeladen, den Code angeguckt und es ist der gleiche Code. Das heißt, du hast an manchen Stellen... Und ich kann dir die Stellen sogar zeigen. Du hast an manchen Stellen, wo es unmöglich ist... Äh... Daran vorbeizukommen. Weil... Das Schachbrettmuster... Einfach übernommen wurde. Aber die Gegenstände, die dem Schachbrettmuster drin sind... Leicht andere Hitboxen haben. Warum auch immer. Oder der Charakter andere Größe hat oder sowas. Auf jeden Fall gibt es Stellen, wo du... Nicht vorbeikommst. Weil zum Beispiel diese Sprungdinger, wo du so von oben runter drüber springen kannst. Aber von unten nach oben nicht. Weil das Ding im Weg ist. Kommst du da nicht dran vorbei. Außer du steuerst mit der größten Penibilität da so entlang und brauchst 10 Versuche, um es zu schaffen. Obwohl es ein stinknormaler Weg ist, den du gehen sollen könntest. Und davon gibt es haufenweise Stellen. Es gibt sogar die eine Stelle, die ich gerade sage, die ist nur auf dem Weg zu... Ähm... Heatran. Heatran. Wo man auch mehrmals hin muss, wenn man Heatran will. Schreckliche Stelle. Man muss mehrmals versuchen, den Weg zu gehen, weil einfach das Spiel sagt, nö, du springst da jetzt runter. Weil das Schachbrettmuster da nicht richtig ausgelegt ist. Und eine Stelle ist sogar beim normalen Spieldurchgang, wenn du auf den Berg willst, wo das Finale stattfindet. Da gibt es eine Stelle, die kannst du nur schaffen, wenn du mit dem Steuerkreuz spielst. Das ist einfach eine Unverschämtheit, dass die den Code 1 zu 1 kopiert haben und einfach nur den Look verändert haben. Und sich dann wundern, dass alles voller Bugs ist. Komisch. Das Eisrutsch-Rätsel in der siebten Arena lässt sich aber krass schießen. Genau aus dem gleichen Grund auch. Du hast dieses Schachbrettmuster, das immer noch existiert. Halt, dass du wirklich Schritt für Schritt eins nach links, das ist ein Schachbrett noch weiter, weiter. Das ist ja wirklich... Die alten Pokémon-Spiele sind ja auf Tiles ausgelegt, auf Schachbrettmustern so. Und es ist da immer noch so. Nur, dass halt zusätzlich die komplette 360-Grad-Steuerung vom Joystick existiert. Weswegen du einfach dieses Eisrutsch-Rätsel durchgehen kannst. Weil es halt Pixel gibt, wo der Charakter nicht rutscht, sondern einfach gehen kann. Da bist du... Hat keiner das Spiel einmal kurz selber gespielt, bevor ihr den Code vielleicht kopiert habt? Es ist eine Unverschämtheit. Aber das sind halt alles Sachen, die Casual-Spieler nicht unbedingt merken und dann einfach ein schönes Nostalgie-Erlebnis haben von damals. Nur in schönere Grafik. Viele mochten ja die Grafik. Was ich nicht nachvollziehen kann. Aber dann, wenn du es durch hast und du willst Shiny handen oder der Untergrund Pokédex voll machen, kann dann wieder Spaß machen. Aber ich habe ja nie den Pokédex voll gemacht im BDSP. Weil es einfach... Sich vorzubewegen in dieser Welt einfach null Spaß macht. Das Fahrrad funktioniert einfach gar nicht. Du brauchst nicht Fahrrad fahren. Wer mochte denn die Grafik? Ein paar Leute mochten die Grafik. Die haben gesagt, oh, sieht voll knuffig aus. Dann sage ich immer, wenn was knuffig aussieht, dann ist es die Zelda-Grafik. Von Link's Awakening und jetzt dem Neuen. Das ist eine gute Chibi-Grafik. Weil die Charaktere tatsächlich aussehen wie Knetfiguren. Richtig gut gemacht. Und dann finden die Leute die Grafik hässlich, aber die von BDSP hübsch. Ich so, hä? Die haben keine Augen im Kopf. Weiß auch nicht. HGSS sind auch die besten Remakes. Wobei ORAs auch großartig ist. Aber ORAs hat wieder das Problem, dass es keine Pixel-Grafik ist, sondern 3D-Grafik. Und dann auf einmal die 480p vom 3DS dann nicht ausreichen dafür. Deswegen sind wir gespannt, was mit dem nächsten Remake passiert von Gen 5 vielleicht. Wer den Job übernimmt. Aber wenn sie... Ich meine, BDSP hat sich trotzdem verdammt gut verkauft. Das ist ja das Traurige daran. Das, was ich sage, ist ja den wenigsten Casual-Spielern aufgefallen. Die haben einfach BDSP gespielt und hatten Spaß dabei. Deswegen BDSP hat sich ja super gut verkauft. Deswegen ist es wieder ein Grund, wo Pokémon sagen könnte, hat ja ausgereicht. Hat ja ausgereicht, den Code zu kopieren. Es ist ja auch okay, den Code zu kopieren. Aber dann das Spiel nicht durchspielen und den Code umschreiben, dass er auch heute noch funktioniert, ist halt dann einfach faul. Hallo Elisha. Hello. Me llamo Elisha. Me llamo Leopoldo. Como te llamo... Ne. Äh. Wie, was heißt, wie geht's dir auf Spanisch? Los semáforos no se entienden. Me llamo heißt ich heiß, ich weiß. ¿Qué tal? Quedo hablar en español. Äh. No. I can't speak Spanish, so you can't really speak in Spanish. I'm sorry. Because I won't understand you. Unvoitur bizar. Das ist, glaube ich, Französisch. Hehehe. Ich könnte eine leere Cartridge mit Pokémon-Logo rausbringen und die würden sich trotzdem super verkaufen. Es fände ich geil, dann würde ich die kaufen und würde das Pokémon-Spiel drauf tun, was ich am liebsten mag. Me referia a me. See, I already don't understand you. I'm sorry. Okay. Okay. Ich will die Tage mit einem Freund anfangen, es zu spielen. Er findet es toll, mal sehen. BDSP. Ich spiele zur Zeit mit einem anderen befreundeten Streamer. Wir spielen HGSS eben, das Remake. Bisher sind wir noch nicht weiter, als ich jemals in dem Spiel war. Aber bald sind wir weiter, als ich war. Wobei, wir sind jetzt schon weiter, als ich jemals in HGSS gespielt habe. Elisha, I don't understand you. We have to delete your messages. I do not understand Spanish. Ich hatte nur drei Jahre Spanisch, okay? Du kannst schon Spaß haben mit BDSP Instant. Das ist halt... Das Problem ist, dass du es halt dauernd mit dem Original vergleichst. Das menschliche Gehirn vergleicht gerne. Und das ist leider, sorgt meistens dafür. Das ist... Ich hatte damals Spaß, hatte damals aber auch die Originale nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, als ich BDSP gestreamt habe. Ich habe es, glaube ich, ziemlich schnell durchgestreamt. Und dann halt geshinehuntet. Und da die Krise gekriegt. Und dann war es das. Ich habe halt dann... Ich bin sehr schnell auf die Mods ausgewichen. Wir haben einmal, glaube ich, hier innerhalb von drei Tagen BDSP durchgespielt. Und dann habe ich sofort angefangen, BDSP zu modden. Und dann haben wir BDSP mehrmals nochmal durchgespielt, aber halt gemoddet. Sodass es Spaß gemacht hat. Also ich habe es als Randomizer gespielt. Habe ich es nicht sogar als allererstes direkt als Randomizer gespielt? Keine Ahnung. Wir haben es als Randomizer gespielt. Dann habe ich es ja nur mit Ditto gespielt. Dann habe ich es nur mit Metronom gespielt. Das Radar war schrecklich für mich. Happensleap-Radar. Und das nur mit Ditto und nur mit Metronom. Und das waren ja auch legendäre Raids dann. Das war so schwierig. Nur mit Metronom und nur mit Ditto. Aber habe ich ja auch Videos draus gemacht. Das war so schwer. Und dann halt der Randomizer mit den True Sizes. Das war halt einfach lustig. Ja. Hallo Bud Spencer. Ich finde es auch schwierig, die heutigen Generation mit allem zu vergleichen. Man wünscht sich trotzdem ein neues Spiel im alten Stil. Man wünscht sich... Das ist es halt. Was wünscht man sich denn wirklich? Man wünscht sich so viel. Und gleichzeitig widerspricht man sich dadurch immer wieder. Was man sich im Endeffekt wünscht, ist etwas, das unmöglich ist. Du wünschst dir das gleiche Gefühl zu haben, wie damals, als ein neues Spiel rauskam von Pokémon. Und du ein Kind warst und du hast das Spiel bekommen und hast darauf gespart. Und dann hast du es endlich und dann hast du es gespielt. Und das war einfach wow. Aber damals hattest du lang nicht so hohe Ansprüche. Damals war der ganze Franchise noch relativ neu. Und so weiter und so weiter. Und du willst... Du willst... Im Endeffekt kann es vollkommen egal sein, wie das Spiel aussieht, was es macht und so weiter. Was du willst, ist unmöglich zu schaffen. Weil es vorbei ist. Du wirst nie wieder das Gefühl haben... Es ist unmöglich, ein Gefühl, wieder dieses Pokémon-Gefühl zu bekommen von damals. Es ist nicht möglich. Das ist bei vielen Spielen so. Du wirst es nie wieder schaffen, so ein Gefühl zu bekommen. Aber Leute, das ist die insgeheime Kritik, die Leute immer haben. Aber es fühlt sich nicht an wie ein altes Pokémon-Spiel. Es wird es nie wieder tun. Es wird es nie wieder. Weil es einfach das Gefühl von damals war. Und du kannst das Gefühl nicht reproduzieren. Das ist eine Erinnerung. Das Erste, was passieren könnte, ist, dass sie halt wirklich ein Remake rausbringen. Von einem alten Pokémon-Spiel. Das 1 zu 1, wirklich 1 zu 1 ein Remake ist. Nur mit ein paar Quality of Life Sachen. Und dann würden die Leute sagen, oh, pure Nostalgie. Aber dann gibt es wieder die ganzen, gibt es genug Leute, die sagen, 60 Euro ausgeben für das Gleiche. Ihr habt euch ja nichts ausgedacht. Ihr habt ja nichts Neues gemacht. Du wirst, du kannst nicht gewinnen. Pokémon kann nicht mehr gewinnen. Und ich glaube, Pokémon macht so gut wie alles immer noch richtig. Äh, die machen alles richtig. Was man ja auch an den Zahlen merkt. Das Einzige, was sie nicht richtig machen, ist die Technik dahinter. Das ist komplett logisch, dass sie das verkacken. Weil sie nicht müssen. Aber wir werden uns nie wieder so fühlen wie damals, als wir das erste Mal oder das zweite Mal Pokémon gespielt haben. Weil es unmöglich ist. Dafür werden wir andere Sachen erleben. Andere Sachen spüren. Andere Sachen das erste Mal erleben. Wie bei Legends Arceus. Legends Arceus war für mich so erfrischend und ein erstes Gefühl von einem coolen Pokémon. Ich weine immer noch meinem ersten Disco Elysium Playthrough nach. Disco Elysium ist Perfektion. Also wirklich. Und das sagt selbst jemand wie ich, der die meisten Texte von dem Spiel weggeklickt hat. Weil ich nicht gerne die ganzen Texte und sowas gelesen habe. Ich habe sie alle überflogen. Es hat mir einfach zu lang gedauert. Und trotzdem. Gänsehaut und das Ende. Und oh mein Gott. Disco Elysium ist so ein gutes Spiel. Wenn du dann auch noch jemand bist, der gerne sich Zeit lässt bei Spielen. Nicht so wie ich. Der sich gerne Zeit lässt bei Spielen und einfach die Texte laufen lässt und sie liest und studiert und dahinter die Lore und dann noch extra woanders hingeht, um mehr Lore zu erfahren. Dann ist es dein Spiel. Aber selbst wenn nicht. Dieses Spiel kann man nur respektieren. Wie viel Arbeit und wie viel Liebe da reingeflossen ist. Kim ist der letzte Sidekick. Kim ist der beste Charakter. Der war so cool. An Weihnachten den Game Boy Color mit Pokémon Gelb auspacken und dann erstmal einschalten. Das werde ich niemals vergessen. Wie machst du die Stream Overlays mit der Anzeige, wie viel SRs du hast und die Aufteilung der Screens? Wie ich das mache mit OBS, dem Streaming Software. Fura Kava, was meinst du? Du musst genauer nachfragen, was du meinst. Die Frage ist viel zu allgemein. Kann ich dir nicht beantworten. Spiel mal Legends Arceus Instant. Spiel mal Legends Arceus Instant. Und Drop. Spiel mal Legends Arceus. Vielleicht. Weil ich kann verstehen, wenn dir Let's Go keinen Spaß macht. Und ich kann auch verstehen, dass die Grafik von Karmesin einem viel kaputt macht. Deswegen habe ich gerade durch. Okay, okay, okay. Das hat mega Spaß gemacht. Und ja. Legends Arceus ist... Legends Arceus hat das Gefühl... Legends Arceus hat nicht dieses Pokémon-Gefühl ausge... Also schon. Legends Arceus hat das Gefühl in einem erweckt. Ja. So habe ich mir damals als Kind schon gedacht, hoffentlich wird Pokémon irgendwann so sein. Und es ist noch lang nicht perfekt. Aber es ist das erste Mal, dass du einfach rumlaufen konntest und Pokémon einfach fangen kannst. Einfach so. Du läufst rum und fängst Pokémon. Du wirst selber verletzt und du bist selber ein Charakter in der Welt. Und dann hast du auch noch dieses feudale Japan. Das ist großartig. Und Pokémon wird sicher irgendwann ein Spiel rausbringen, wo sie wirklich wieder zurückgehen und Pixelgrafik machen und sowas bestimmt irgendwann. So ein 50-jähriges Jubiläum oder so. Aber es wird trotzdem... Es wird immer... was Neues sein. Und das muss es auch. Das habe ich hier schon so oft gesagt. Und ich glaube da ganz fest dran. Das ist auch etwas, wo erfolgreiche Unternehmen sich nachrichten. Und musst du leider auch. Um Erfolg zu haben. Und das kann man an all den Marken sehen, die erfolgreich waren. Von Amazon über Apple über Google und was nicht alles. Das Prinzip ist ganz einfach. Du darfst nicht das machen, was Leute sich von dir wünschen. Wenn du anfängst, das zu machen, was deine Fans wollen, hast du schon verloren. Weil, ganz einfach, deine Fans, deine Zielgruppe, weiß nicht, was sie will. Nintendo oder Pokémon oder Apple oder wer auch immer, da sind Profis am Werk, die so unfassbar kreativ sind, Sachen zu erfinden, von denen du nicht mal weißt, dass du sie willst. und darum geht's. Wir als Konsumenten, die meisten natürlich, wir als Konsumenten, wir können immer nur das wollen, was wir bereits kennen. Und deswegen sagen wir, oh, ich will ein Remake von Gen 2, oh, ich will ein Remake von Gen 5, oh, ich will einfach wieder ein altes Pokémon-Spiel. Weil wir wissen, das war gut. Damit hast du aber keinen Erfolg. Du musst den Leuten etwas geben, was sie nicht, was sie nicht erwarten, was sie nicht kennen. Weil sonst hast du keinen Fortschritt. Sondern bist du Assassin's Creed. Und selbst Assassin's Creed hat nach dem 8. Assassin's Creed langsam verstanden, oh, fuck, wir können doch nicht da und immer wieder das Gleiche machen. Obwohl die Leute es wollen. Die Leute wollen einfach, oh, ich will einfach nochmal ein geiles Assassin's Creed. Und dann nach dem 5. war es so, irgendwie ist das langweilig. Ach. Deswegen ist kein Pokémon-Spiel das Gleiche. Deswegen ist kein Nintendo-Spiel das Gleiche. Deswegen gibt es jedes Mal ein anderes Gimmick. Deswegen gibt es keine wirklichen Fortsetzungen, sondern immer etwas Neues, was von Grund aus neu gemacht ist. Und deswegen ist Nintendo so erfolgreich. Deswegen macht Apple einfach so Kacksachen, wie dass sie das Aux-Kabel entfernen. Oder dass sie alle Kabel entfernen. Weil das halt leider die Zukunft ist. Und irgendjemand muss halt diesen Schritt machen. Füro, du bist ein Hubbelupf. Wenn man Fans das gibt, was sie wollen, wird das im Endeffekt scheiße. Weil Fans haben leider keine Ahnung, was sie wollen. Fans wollen immer nur das haben, was es schon gibt. Ich habe nur das erste Assassin's Creed gezockt und ich bin mehr als zufrieden. Du hättest das zweite noch spielen können, die Trilogie vom zweiten Teil. Die ist großartig. Danach musst du keinst mehr spielen. Die zweite, die Ezio-Trilogie ist perfekt. Die hat alles. Tolle Geschichte. Tolles Gameplay. Großartig. Großartiger Soundtrack. In Our Brotherhood. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations. Das ist die Trilogie. Black Flag mögen noch viele wegen dem halt wegen dem Seekampf und so. Wird Seigard irgendwann auch gehuntet wegen ZA? Nicht wegen ZA, warum soll ich das wegen ZA hunden? Warum soll ich etwas hunden, was wir noch nicht mal wissen, dass es vorkommt? Leute, wir wissen nichts von Legends ZA. Ich werde so lachen, wenn die Leute ihre Shiny Seigards fangen und am Ende können sie ihr Shiny Seigard gar nicht ins Spiel reintun. Wer sagt, dass das geht? Ist schon wieder diese Erwartungshaltung von den Fans, die niemand jemals bestätigt hat. Und vor allem, eine Home-Verbindung gibt es meistens erst ein halbes Jahr später. Legends ZA wird rauskommen und ein halbes Jahr später wirst du vielleicht die Poké und übertragen können ins Spiel. Das heißt, du hast ein Shiny gehuntet für den Release von ZA. Wofür? Ich meine, mach's, aber mach's nicht für ZA. Bringt gar nichts. Ich hoffe eher darauf, dass wir ZA in ZA fangen werden können. Vielleicht Shiny handen können. Ich glaub's nicht, aber ein bisschen hoffe ich auch. So wie Legends ZA, da wusste ich auch nicht, dass ich ein Legends in Carlos will. Ja, ich meine, wir haben so viel erwartet von Legends Celebi über Legends Q-Ram. Was kommt? Legends? ZA. Und was ist geiler, als positiv überrascht zu werden? Das können sie. Ich hoffe auf AZ Flat. Dann hoff mal. Ja, ich spiele auch. Also, wenn ich das erste Mal ein Pokémon-Spiel spiele, fange ich nur neue Mons und die, die halt im Spiel, aber halt die neuen auch nur. Wenn jetzt ein Taubs hier rum fliegt, dann fange ich das nicht. Let's go Togepi. Das war so dumm. Wer das geglaubt hat. Let's go Togepi. Wie du das mit dem Giratina und Reggie Drago Bild machst, was deine Softresets anzeigt. Wie gesagt, das ist so allgemein. Ich weiß halt nicht, wie ich das erklären soll. Man streamt mit OBS, das ist eine Software, mit der jeder Streamer auf der Welt streamt, genannt OBS, Open Broadcaster Software. Und in dieser Software platzierst du Bilder. Und ich habe da dieses Bild gemacht, was du da unten siehst. Und dann habe ich das platziert. Und dann habe ich daneben eine Zahl platziert. Und diese Zahl tickt jedes Mal hoch, wenn ich ein Giratina sehe. Dann habe ich mein DS verknüpft mit meinem PC und dann habe ich das Bild vom DS dahin platziert. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann lad dir OBS runter und klick alles an, was in OBS anklickbar ist und lerne das Programm. Dann wirst du irgendwann verstehen, wie das Programm funktioniert, indem du das Programm benutzt. Wie bei allem auf der Welt 4Streamer auf YouTube erklärt das nicht. Lady, hör auf, besessen zu sein von diesem alten, nichts nützigen Kanal. Und du hast die Frage, glaube ich, vorhin immer noch nicht beantwortet. Wieso guckst du diese Videos? Genau genommen wissen wir noch nicht mal die Region von Legends ZR. Weiß ich gerade nicht, vielleicht stand auch, also, natürlich wissen wir, dass es in Carlos irgendwo sein wird, aber ist es ein modernes Carlos? Ist es ein Zukunfts-Carlos? Ist es ein Vergangenheits-Carlos? Heißt es überhaupt Carlos? Sinnoh hat nicht Sinnoh gehießen. Ich fände es cool, wenn es wieder ein anderer Name ist. Carlos. Wird bestimmt wieder anders heißen. Na, ich weiß nicht. Ist genauso wie, es wird bestimmt in der Zukunft spielen, weil es sieht zukünftig aus. Und dann sage ich auch, nein, es wird bestimmt in der Vergangenheit spielen. Aber genau genommen wissen wir es nicht. Es kann auch sein, dass es die ganze Zeit Vergangenheit und Zukunft hin und her Es soll ja eine Stadt sein. Die sah nicht sehr nach Vergangenheit aus. Doch! Also, im Grunde, wir wissen alle nicht, was passieren wird. Vor allem, weil die Texte von den Webseiten alle was Unterschiedliches sagen, weil aus dem Japanischen übersetzt wurde und so weiter. Aber, wenn Leute sagen, es spielt safe in der Zukunft wegen dem blauen, wegen diesen blauen RGB-Linien aus dem Trailer, muss ich mir immer in den Kopf fassen, weil genauso kann ich sagen, nein, es wird in der Vergangenheit spielen, wegen den feudalen Zeichen, die abgebildet werden und wegen dem Papyrus-Bauplan, der gezeigt wird. Also, wir wissen es einfach nicht. Aber... für mich wäre das Offensichtlichste, wenn es in der Vergangenheit spielt. Denn die Carlos-Lore sagt, dass vor 3000 Jahren ein riesiger Krieg in Carlos geherrscht hat. Dieser Krieg hat wahrscheinlich die Hauptstadt zerstört. Und jetzt sind wir beauftragt, die Stadt aufzubauen, nachdem sie zerstört wurde. was logischerweise in der Vergangenheit stattfinden muss, damit die Stadt so aussieht, wie sie heute aussieht. Warum sollen wir die Stadt umbauen? Das wäre eine langweilige Prämisse. Oder warum sollen wir die Stadt, die schon existiert, anders bauen für die Zukunft? Nein, es kann sein, dass es überhaupt nicht so ist. Aber das wäre für mich das Logischste. Wir wissen, dass es ein Krieg war, der alles zerstört hat. Kurz nachdem alles zerstört wurde, spielen wir, sind wir der Charakter und sind damit beauftragt, die Stadt so aufzubauen, wie wir sie dann in Carlos kennengelernt haben. Deswegen spielt das in der Vergangenheit und es sind auch Baupläne. Die Baupläne, die in dem Trailer gezogen werden, sind alle altertümliche Baupläne. Wir bauen in der Zukunft die Stadt der Vergangenheit. Genau. Z bis A. Ja und außerdem heißt das Spiel Legenden und Legenden sind immer Vergangenheit. Etwas bekommt erst den Legendenstatus, wenn es über Jahre hinweg über Jahrzehnte hinweg den Legendenstatus aufgebaut hat. Du kannst nicht die Legende von was das was passieren wird, das ist das ist andersrum. Legends of Arceus. Legends of Seilgard. Und vielleicht wird es ein super langweiliges SimCity Spiel. Halt wirklich. Und dann die englische Website oder die deutsche Website sagt, dass wir uns nur in Illumai City aufhalten. Und das ist glaube ich ein Übersetzungsfehler. Weil die japanische Seite sagt irgendwie und um Land. Oder dass die Story in der Stadt spielen wird. Aber wenn es nur in der Stadt spielt, dann ist es halt wirklich ein SimCity. Ein Stadtsimulator. Happy, du bist dein Zorro-Arc. Wie viel Zeit vor Rot und Blau hat eigentlich PLA gespielt? Keine Ahnung. Äh, 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 äh. Hä? Äh, Rot und Blau spielt relativ zeitgleich zu Gen 4. Das ist 1000 Jahre davor oder sowas. Ob das jetzt 1050 Jahre oder 1070 Jahre davor ist, ist doch egal. Ja, Illumais, wie heißt gar nicht Illumais City? Wer ist die denn? Illumina City? Illumina City war schrecklich im Spiel. Ich mochte es auch gar nicht. Du musstest eigentlich immer Taxi fahren, um zu wissen, wo du hin musst. Ich hatte null Übersicht in der Stadt. Ich meine, wenn man das Spiel jetzt richtig viel spielt, dann findet man sich zurecht, aber das, was ich gespielt habe, hat nicht gereicht, um sich zurechtzufinden. Ich bin einfach immer Taxi gefahren, was viel zu teuer war. Jetzt wirst du wahrscheinlich einfach zwischen jedem Punkt schnell reisen können beziehungsweise du hast irgendein Leitsystem oder es ist halt, du kannst die Kamera so weit wegzoomen, du hast eine kleine Karte, die dir immer zeigt, wo du bist. Das wird halt einfach modern sein. Es wird halt einfach nicht schwer sein, in der Stadt sich zurechtzufinden, vor allem, wenn du sie selbst aufbaust. 150 Jahre vor Gen 4 müsse Legends Arceus handeln. Nur? Hä? Das war doch 1000? Ja, nee. Keine Ahnung. Ich meine wegen dem Krieg in Kalos. Wenn der 3000 Jahre vor Rot und Blau war, dann hatten die Menschen ja damals schon tieferen Kontakt zu Pokémon. Ja, weiß ich nicht, kennen da die Lore nicht so, aber im Endeffekt, wie ich immer sage, die Lore von Pokémon hat sich auch einfach immer nur ergeben, je nachdem, was die halt machen wollten in ihren Gents und wir, die Fans, interpretieren dann da immer Lore rein. Ich glaube, es gibt keinen Gebieter der Lore bei Pokémon, der sicher geht, dass alles irgendwie storytechnisch sicher Sinn ergibt. So wie es beim Film einen Continuity Manager gibt, der sicher geht, dass Continuity ist im Film. Sowas gibt es, glaube ich, bei Pokémon nicht oder allgemein. Bei so riesigen Franchises gibt es bei Zelda, glaube ich, auch nicht. Sondern die machen halt einfach, worauf sie Bock haben und das Spiel gut macht. Und dann irgendwie lässt sich alles zurechtbiegen. Kann ja sein, dass sie in Sinnoh vor 200 Jahren noch keinen Pokédex hatten und Angst vor Pokémon hatten und Pokémon noch nicht domestiziert haben. Aber in Carlos, da haben sie das schon vor 3000 Jahren gemacht. Kann ja sein. Hast du einmal kurz in einem Satz gesagt und fertig. Wow, die in Carlos sind uns einiges voraus gewesen. Fertig. Ich glaube schon, Sinnoh hat nicht nur 150 Jahre vorher gespielt. Es war viel länger. Jeder gendert an sich eine Lore, ob alle Spiele zusammenpassen, wissen wir ja nicht. Es muss halt auch nicht. Mir ist das ja immer wurscht. Ich bin auch kein Mensch, der sich so diese Videos anschaut, wo dann Leute verrückt A und B miteinander verknüpfen und über C und R und Y gehen. Und ich so, okay. Da finde ich sowas bei Zelda um einiges interessanter, weil Zelda halt wirklich Story-Spiele sind, wo es tiefgründige Geschichten gibt über ganze Königreiche hinweg und über Äonen hinweg. Wohingegen Pokémon ist einfach, ich bin ein kleines Kind, was gerne Pokémon fängt. Pokémon-Geschichten waren noch nie für mich der Hauptaugenmerk vom Spiel. Deswegen war es mir immer relativ egal. Wenn die an ZA arbeiten und das wie Arceus ist, dann kommt dann wohl wieder ein normaler Teil. Also vermutet wird April April Legends ZA Muss aber auch nicht sein, kann auch später sein oder früher sein, wenn dann später. Und dann Ende des Jahres Gen 10 oder erst 20 26 Gen 10. Außerdem stimmt es ja nicht ganz, dass sie nichts rausbringen. Die machen sehr viel auf Handy-Apps zur Zeit. Die bringen die ganze Zeit Sleep-Sachen raus, die bringen die ganze Zeit die bringen jetzt TCG Pocket raus. Es ist nicht so, dass sie nichts machen. Die bringen Animes raus. Komisch, dass es keinen neuen Film gibt zu Gen 9. Das ist ein bisschen komisch, dass es keinen Film gab bis jetzt. Und wenn jetzt einer kommt, wäre es ziemlich spät. Wenn 26 Gen 10 kommt, fahren die sich in Competitive Circuit total. Ja, das darf man nicht vergessen, das ist ja auch der Grund, warum die Pokémon-Spiele immer so unfertig released werden, weil sie so viele weil sie so viele Sachen haben, die auf den Spielen aufbauen. TCG, VGC, Merch, Anime, Filme. So nichts kann anfangen zu produzieren. Nichts kann anfangen irgendwas zu machen, bevor nicht die neue Gen veröffentlicht wird. Und das stimmt, wenn sie sich noch ein Jahr Zeit lassen, dann gibt es halt im VGC-Bereich nichts zu tun. Außer, und da bin ich immer sehr, sehr, also da plädiere ich ja immer zu hin, außer sie bringen mal ein System raus für VGC, was ein eigenes System ist und was nicht auf der Gen basiert. sondern sowas wie Pokémon Showdown, nur offiziell von Pokémon. Sie bringen ein offizielles Pokémon Showdown raus, wo all die VGCs stattfinden, alles competitive findet da statt und wird nur durch die Gens immer wieder aktualisiert und in eine neue Season gebracht und was nicht alles. Aber du hast ein System, das du zum Beispiel durch ein Abi, Abo, was das zum Beispiel abonnierst, um mitmachen zu können und das in diesem System bringen sie immer wieder neue Sachen raus. Aber sie sind losgelöst von den Spielen. Werden sie nie machen, weil es bedeutet, weniger Geld zu verdienen, weil sie es dann nicht mehr an die Gen binden. Aber ich fände es moderner und logischer und um einiges einfacher zu updaten, wenn man das einfach loslöst vom Story-Spiel, Hallo Nick. Hallo noch ein Nick. Die zwei Nicks. ZA soll 31.12.25 rauskommen. Okay. Welcher Möchtegern-Pokémon-Fan hat dir das gesteckt? Hast du das Brutalander bekommen? Nein. Mein DS hat sich dazu entschieden, mich so richtig abzufacken. Dann habe ich Kindwurm wieder eine Stunde gesucht und jetzt kann es nicht mal. Kein Shiny-Peter mehr. Wer ist Shiny-Peter? Poke, du bist ein äh, warte, ähm, ähm, Garnowil, Abigator, Rockkaiman. Ich muss ja mal die verschiedenen Krokodil-Arten durchgehen. Oder halt Kaimane, Alligator, Krokodil. Einer aus dieser 12.2025 steht auf Amazon. Mhm. Und ihr wisst, warum das so ist, oder? Nein? Um euch zu verwirren. Das ist ein Filler-Datum. Amazon schreibt immer ein Datum hin. Und da sie gesagt haben, dass es 2025 rauskommt, welches Datum also? 31.12.2025, weil das das späteste Datum ist, was möglich ist für dieses Spiel. Wenn ihr wissen wollt, wann ein Spiel rauskommt, dann schaut ihr immer den neuesten Trailer von dem Spiel an, der offiziell auf dem Kanal von dem Spiel veröffentlicht wurde und schaut ans Ende von dem Trailer. Und wenn da nichts steht, dann wissen wir nicht, wann das Spiel rauskommt. Und es hat ein weißes Cover. Genau, mit TBD drauf. Tatsächlich, ich glaube, Amazon muss kein Datum hinschreiben, aber sie wissen, dass sich ein Produkt besser verkauft, wenn sie ein Datum hinschreiben, weil sie müssen kein Datum hinschreiben. Kann man auch daran erkennen, dass es kein Donnerstag ist? Ich habe doch keine Ahnung, ich habe mir bisher immer Teile geholt und war happy, habe mir da bisher noch nie den Kopf gemacht. Das mit dem Kopfmachen fängt an, wenn man sich in der Pokémon Bubble aufhält und Streams und YouTube-Videos guckt. Glaub mir, ich war vor fünf Jahren, war mir das auch alles egal. Wenn ein Spiel rauskam, dann kam es raus und ich habe es vielleicht eine Woche später mitgekriegt, dass ein Spiel rausgekommen ist und jetzt auf einmal stecke ich da drin. Und es ist wie eine Religion für Menschen. Kannst du etwas verkaufen, ohne anzugeben, weil man es bekommt? Das ist halt die Sache. Sollten sie es überhaupt verkaufen? Ich meine, vielleicht ist das der Grund, ja. Vielleicht kann man nichts verkaufen, ohne ein Datum anzugeben und Pokémon verkauft das Spiel ja nicht. Aber Amazon will halt Geld kriegen und deswegen erfinden sie ein Datum, damit Leute es vorbestellen können. Aber genau genommen sollte es einfach noch nicht vorbestellbar sein, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es liegt nicht an Amazon. Also es liegt safe an Amazon, dass sie es vorbestellen lassen. Die kriegen ja eh kein Geld, bis das Produkt versandt wird. Okay, MrBeast, MrGengarFan Nummer 1. Woran liegt es dann, dass Amazon uns ein Datum gibt, das nicht stimmt? Wenn sie eh kein Geld dafür kriegen. Ich dachte, ich komme heute auf 2000, aber irgendwie ist die Zahl noch sehr weit weg. Ich will auch auf ein Gesetz tippen, das vorschreibt, dass mein Datum angeben muss. Und wo ist das Gesetz, das sagt, dass sie es überhaupt auf Amazon stellen müssen? Ich meine, du kannst es so weit nach vorne gehen, wie du willst. Am Ende sorgt es dafür, dass Amazon das Produkt verkaufen will. Das ist der einzige Grund, warum sie es anbieten, obwohl man es noch nicht kaufen kann. Obwohl man noch nicht mal weiß, dass es rauskommt. Sie stellen es auf Amazon, obwohl man nichts weiß, nur damit Leute auf Kaufen drücken. Und wenn du was kaufen willst, muss wahrscheinlich ein Release-Datum existieren. Ich bestelle auch nie was vor. Das früheste, dass ich was vorbestelle, ist ein Tag vor Release. Weil immer noch passieren kann, dass irgendwas rauskommt, dass ich es auf keinen Fall kaufen will. Klar kann man dann immer noch canceln und so. Aber du hast einfach nichts davon, wenn du ein Spiel ein halbes Jahr vorbestellst. Du hast nichts davon. Es ist nur emotional von wegen so. Ich kann es nicht mehr abwarten, aber es ändert drin gar nichts. Im Gegenteil. Es ist eher, also du hast nichts Positives davon. Wenn dann bereust du es oder du vergisst es und bereust es dann oder irgendwas passiert und du kriegst das Geld nicht wieder. Keine Ahnung, ist jetzt bei Amazon natürlich nicht so, aber Das kann sein, dass das kann sein, dass dadurch, dass sie es vorher schon in die Stores packen, dass man dadurch sieht, wie oft Leute es wollen, wie das Interesse ist. Auch so für für deren interne Verhandlungen von wegen an irgendwelche Stock was so ich weiß nicht, wie sehr Nintendo jetzt groß oder Pokémon groß am Aktienmarkt ist, aber dann können sie zu ihren zu ihren Sponsoren gehen und sagen, jo, schaut, 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 so oft wird sich das Spiel verkaufen, mindestens. Dann sind die alle, ja, geil, ihr seid so cool, Pokémon, ja, macht mehr Schrott, ja, das ist ein guter Grund, ja, das kann gut sein. Aber ich würde trotzdem immer, wenn man das Spiel sich eh holt, es einen Tag vorher vorbestellen, weil man dann manchmal einen kleinen Vorteil bekommt. Wie eine Goldmünze mehr bei Nintendo oder irgendein Vorbestellerbonus. Ich meine, es lohnt sich ja manchmal schon vorzubestellen, aber halt nicht ein halbes Jahr vorher. Ich glaube, ich komme öfter her, ich mag es hier. Du magst es hier noch. Du magst es hier noch. 4.790. dieses Kindwurm. Ich hole das Kindwurm offline. Ich zeichne alles auf, keine Angst. Habe ich gerade nur Glück? Ich meine, wir shiny handen gerade nur. Meine Streams sind sowieso eigentlich just chatting. Wenn mir was einfällt zum Reden oder wenn ihr irgendein Thema habt, über das wir reden können, dann reden wir über Sachen. Manchmal ist es aber auch stiller einfach, weil es nichts zu bequatschen gibt. dann sitze ich hier und scheine die Hantel und oft habe ich halt irgendein spannendes Projekt. Aber gerade muss ich warten auf Sachen, dass ich die Projekte machen kann, die ich machen will. Aber beleidigen tue ich viel, ja. Du musst eine dicke Haut haben. Du darfst nichts persönlich nehmen, was ich sage. Such doch nur das Kindwurm und dann den Rest wieder im Stream. Ja, damit dann das Kindwurm wieder aus Versehen von mir getötet wird und ich dann wieder drei Stunden nach Kindwurm suchen muss. Kira, du bist ein Tragosso. Und die Reaktion werdet ihr eh im Video sehen. Es ist halt einfach finde ich langweilig euch zu zeigen, wie ich Brutalander suche. Playstation bucht dir das Geld sofort ab, wenn du das Spiel vorbestellst. Ja. Ich finde, es ist auch eine Besonderheit, dass Amazon es erst abbucht, wenn es verschickt wird. Weil eigentlich wollen, eigentlich gibt es ja Vorbestellungen, damit, damit, weil du zahlst das Geld. Das ist ja eine super Methode. Nehmen wir an, du bist so jemand wie, keine Ahnung, CD Projekt Red. du bringst ein Cyberpunk raus, alle sind oder noch nicht raus, du kündigst es an. Oh mein Gott, oh mein Gott, startest die Vorbestellung. Oh mein Gott, oh mein Gott, eine Million Leute bestellen das Spiel vor. Ah, 60 Euro. Das sind 60 Millionen Dollar. Wahrscheinlich war es nicht so viel, die es vorbestellt haben, keine Ahnung, aber sagen wir mal 60 Millionen. Dann haben 60 Millionen Dollar, dann haben die 60 Millionen Dollar und mit diesen 60 Millionen Dollar können sie zum Beispiel, dieses Geld gehört denen, das können sie anlegen und aus 60 Millionen Dollar entsteht in einem halben Jahr viel mehr Geld, weil das angelegt ist, mit dem Geld kann was gemacht werden, mit dem Geld können auch vielleicht Mitarbeiter bezahlt werden oder extra Leute eingekauft werden, die das Spiel besser machen sollen. Oder du spielst halt mit dem Geld und machst es einfach nur mehr Geld. Das heißt, selbst wenn das Spiel dann schlecht wird, selbst wenn es dann nicht eine Million Leute kaufen, gibst du den Leuten das Geld einfach zurück, aber hast dadurch, dass du eine Million 60 Millionen besessen hast für ein Jahr lang, aus den 60 Millionen 70 Millionen gemacht. Du hast quasi 10 Millionen, es ist jetzt komplett übertriebene Zahlen wahrscheinlich, aber du hast einfach 10 Millionen Gewinn gemacht, ohne ein Produkt geliefert zu haben. Und so machen die das. Das ist ein Grund wegen Vorbestellung. Du kriegst Geld und mit dem Geld kannst du mehr Geld machen. Das heißt, selbst wenn alle Leute das Geld wieder zurückhaben wollen, hast du Gewinn gemacht. Deswegen finde ich es krass, dass Amazon das nicht so macht. Weil, also ich würde es ja auch verstehen, wenn sie es so machen. Warum? Also wenn ich etwas bestelle, was noch nicht draußen ist, dann erwarte ich ja auch, dass ich schon dafür zahle. Also ich finde es eher nett von Amazon, dass sie es nicht machen. Und Amazon hat es halt wahrscheinlich nicht nötig. Keine Ahnung warum. Oder es gibt irgendwo ein Gesetz, das es verbietet. Nintendo ist da eh geil. Es gibt Gesetze, an die sich Nintendo nicht halten muss. Aber alle anderen schon. Ist auch so abstrus. Und es liegt nur daran, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber, falls ihr es nicht wusstet, Nintendo wurde von, ich glaube, Deutschland und Norwegen mal verklagt. weil in der EU existiert das Gesetz, dass du jedes Produkt, das du kaufst, zurückgeben können musst. Das ist ganz normal in der EU. Wenn du etwas kaufst, hast du ein Recht von, keine Ahnung, wie lang, abhängig vom Produkt wahrscheinlich, dass du etwas zurückgibst. Bei Steam ist es so, dass du, wenn du ein Produkt, wenn du ein Spiel kaufst, nach zwei Stunden Spielzeit, kannst du es nicht mehr zurückgeben. Aber solange du es nicht zwei Stunden gespielt hast, kannst du das Spiel zurückgeben. Oder wenn du das Spiel länger als eine Woche besessen hast oder sowas, keine Ahnung. Bei Playstation zum Beispiel ist das nicht mit den zwei Stunden, aber wenn du das Spiel nie gestartet hast, kannst du es zurückgeben. Also ich kaufe das Spiel, bin so, ah, ich wollte es noch nicht kaufen, ich habe mich verklickt, kannst du es zurückgeben. Sondern ich das Spiel nicht gestartet habe. Ist mir mal passiert. Ich habe das Spiel gestartet und dann so, nee, 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 nee. Dann haben sie gesagt, ah, du hast das Spiel gestartet. Und Nintendo hat nicht sowas. Wenn du ein Nintendo-Spiel kaufst, im Online, es geht um Online-Stores natürlich, nicht um physisch. Physisch ist dann wiederum der Laden, wo du es gekauft hast. Wenn du im Online-Store von Nintendo ein Spiel kaufst, kannst du es nicht zurückgeben. Egal, wie viel du gespielt hast, egal, wie viel es gekostet hat, egal, wie lange du das Spiel hast, wie lange du es nicht hast, komplett egal. Und dann hat Deutschland und ich glaube eben Norwegen oder Dänemark Nintendo verklagt, weil es gegen EU-Richtlinien stößt. Und wer hat gewonnen? Nintendo. Warum auch immer. Nintendo muss sich nicht daran halten und können in ihrem Online-Store Spiele anbieten und du darfst sie nicht zurück, du musst sie nicht zurückgeben können. Ihr könnt ein Spiel kaufen und drei Sekunden später sagen, hey, ich habe es nicht angefasst, ich habe mich verklickt, ich will es nicht kaufen, sagt Nintendo Pech gehabt. Ist es nicht, ist es nicht krass? Das ist so krass. Warum? Die sollen die nochmal verklagen, aber ich würde gerne die Begründung wissen. Wieso hat das Gericht das entschieden? So, wo ist da die Logik? Ja, wir haben viele Kinder als Zielgruppe und die Kinder verklicken sich gerne und dadurch verdienen wir mehr Geld. Und das Geld spenden wir gerne in Steuern, in Form von Steuern an die EU. Ah ja, okay. Hä? Es macht alles keinen Sinn, was auch irgendeine Erklärung wäre. Ich verstehe es nicht. Man kann bei Nintendo anrufen und die haben mir dann das Geld als Guthaben wiedergegeben. Wie? Und wie bist du auf die Idee gekommen, da anzurufen? Steam gibt das Geld wieder, wenn du das Spiel in ein paar Stunden zurückgespielt hast. Wenn ich es mal richtig gelesen habe, weiß aber nicht, ob es wirklich stimmt. Das stimmt, wenn du es schaffst, das Spiel unter zwei Stunden durchzuspielen. Steam ist ganz einfach. Wenn die Spielzeit von deinem Spiel über zwei Stunden ist, kannst du das Spiel nicht mehr zurückgeben. Wenn du das Spiel weniger als zwei Stunden gespielt hast, kannst du das Spiel zurückgeben. Aber ich habe letztens ein Spiel gespielt und festgestellt, dass es schrecklich grottenschlecht ist. Black Zed hieß das. Sah so aus wie so ein Telltale Game. Schrecklich verbuggt, konntest gar nicht spielen. Nach fünf Minuten aufgehört, wolltest zurückgeben und dann kam als Antwort, äh, geht nicht mehr. Aber ich habe das Spiel halt auch schon vor einem Jahr gekauft. Also das mit den zwei Stunden gilt nicht immer. Ich weiß nicht, wann quasi der Zeitraum abläuft. Aber ansonsten, wenn du das Spiel kaufst und dann zwei Stunden spielst, kannst du es noch zurückgeben und dann nicht mehr. Acht Stunden wäre ein bisschen wenig. Zwei Wochen. Zwei Wochen klingt logisch. Weil ich mir das DLC von Carmesin kaufen wollte, aber dann aus Versehen Popo geholt habe und dachte mir, dann so ein Versuch ist es wert. Okay, krass. Das ist dann was, aber, aber, du hast denen dann gesagt, hey, ich habe das Falsche gekauft. Das heißt, sie haben dir, zum einen haben sie dir Guthaben gegeben, wodurch sie kein Geld verlieren, weil du musst das Guthaben für ein Produkt von denen wieder ausgeben. Und zum anderen hast du denen ja gesagt, du willst, du hast dich nur verklickt, du hast das Falsche gekauft. Das heißt, du hast danach mit diesem Guthaben, mit dem gleichen Geld, das andere DLC gekauft. Aber ob sie das auch machen würden von wegen, hey, ich will das Spiel nicht, weil es schlecht ist, was dein Recht wäre, äh, also, die waren halt einfach nett bei dir. Aber sie müssen es anscheinend nicht tun. Und faul Gott, grüße dich, danke für das Glück. Du hast ein PS5-Game auf Amazon bestellt und hast Friseurscheren bekommen? Geil. So wie die eine Person auf unserem Discord, die schwarz-weiß oder schwarz gekauft hat und schwarz, nee, schwarz 2 auf Ebay gekauft hat und hat schwarz bekommen, nicht schwarz 2? Theoretisch kann man ja dann sonst was sagen, wenn man die davon überzeugt, dann was anderes zu kaufen. Ja, aber solange du einfach nur Guthaben bekommst, ist es ja nicht wirklich, hast du nicht wirklich das zurückbekommen. Es ist besser als nix, aber normalerweise ist es ja so, dass wenn du etwas nicht willst, kannst du es zurückgeben und du kriegst das Geld wieder. Wenn du einfach nur Guthaben kriegst, dann hast du deine Ausgabe einfach nur auf was anderes übertragen, weil du musst es ja ausgeben für diesen Laden. Das ist ja nicht wirklich, du hast das Geld nicht wirklich zurückbekommen. Aber besser als nix. Ich find's nur krass, dass die da, dass Nintendo da einfach eine Sonderregel kriegt. Warum? Mich interessiert so sehr, warum? Ich hab mal, Amazon ist halt da super krass, weil die einfach sich das leisten können. Ich hab Mario Maker 2 damals bestellt auf Amazon, im Stream gespielt für vier Stunden, hab's überhaupt nicht gemocht, die Art von Spiel mag ich einfach nicht. Nach vier Stunden Spielzeit hab ich das an Amazon zurückgeschickt und das Geld wiederbekommen. Aber wenn ich jetzt damit wahrscheinlich zum Mediamarkt gegangen wäre, dann hätten die gesagt, nee, Folie ist weg. Was ja auch logisch ist, das kann man ja vergleichen mit CDs damals, wenn du jetzt einfach eine Audio-CD kaufst, aufmachst, die konntest du brennen und wieder zurückgeben. Es war klar, dass die dann auch sagen, nee, du hast, wir können, du hast sie kopiert vielleicht. Ja, das interessiert mich halt, wie die diesen Gerichtsprozess gewinnen konnten. Vielleicht gab es inzwischen auch wieder neue und es ist inzwischen nicht mehr so, aber das weiß ich sicher, dass das so war. Ich glaube, Deutschland und Norwegen oder Dänemark haben geklagt und dann hat Nintendo gewonnen. Weil bei Steam und bei Playstation gibt es einen Prozess, wo du einfach draufklicken kannst und kannst sagen Refund. dann wird halt nachgeguckt, ob das unter den Bedingungen ist und dann kriegst du halt das Geld zurück. Weil es halt jedes Produkt muss rückgebbar sein. Vor allem, wenn du es nicht benutzt hast. Zum Glück kommt es selten vor, dass man ein Nintendo Spiel zurückgeben will. ne? Du hast Sonne auf Amazon bestellt? Was ist denn eine Sonne-Bestellung? Auf Amazon kann man doch echt alles kaufen. jetzt kann man schon die Sonne kaufen. Als ich noch ein Kind war, haben die sich beim Mediamarkt auch immer geweigert, Spiele zurückzunehmen, wenn die schon geöffnet waren. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen verständlich, weil du, wie eine DVD, ne? Weil wenn du am nächsten Tag wiederkommst, konntest du den Film zwölfmal anschauen in der Zeit. Okay, Pokémon Sonne. Das heißt, wenn du seit Jahren auf Pokémon Sonne wartest, dass du auf Amazon bestellt hast, kann ich dir versprechen, dass du das nicht mehr kriegst und du solltest dich beschweren. Warum beschwer dich? Krieg dein Geld wieder. Warum wartest du nach Jahren immer noch auf Pokémon Sonne von Amazon? Ja, also Spiele kopieren, klar, wenn es eine CD war, aber wenn du so ein N64-Spiel zurückgeben wolltest, da war halt das Kopieren damals nicht so einfach. Selbst heute ist es nicht so einfach, weil ich meine, selbst heute ist eine CD zu kopieren nicht so einfach, weil keiner hat mehr CD-Fächer in ihren PCs. Oder Laptops haben auch kein CD-Fach unbedingt mehr. Aber ich glaube, es ging eher darum, dass du halt in der Zeit locker das Spiel sau viel spielen konntest und dann das komplette Geld zurückkriegen ist halt krass. Aber klar, und dann fing das halt an mit den Raubkopien und dann war es sowieso klar, dass du das Geld nicht zurückkriegst, weil du es komplett hättest kopieren können in der Zeit. Aber halt bei den Nintendo-Spielen, wo das wirklich Cartridges waren, die konntest du damals nicht einfach kopieren. Ich meine, heute kannst du für wenig Geld halt einen GB Operator kaufen, was nicht alles, womit du auch das kopieren kannst. Aber damals, wer war schon fähig, ein N64-Spiel zu rippen? Nick, du bist ein Knospi. Es kann noch kommen, ich mag es nicht, mich zu beschweren. Ich mag es auch nicht, mich zu beschweren, aber wenn du seit Jahren auf ein Pokémon Sonne wartest, dann kann ich dir versprechen, dass du es nicht mehr bekommst, dass es ein Scam war, und dass du dich beschweren solltest, um dein Geld zurückzubekommen, weil die haben dich reingelegt. Glaub mir, du wirst dieses Spiel nie wieder, nie bekommen. Und es ist nicht mal beschweren, du musst bei Amazon nur auf den Knopf drücken. Es ist nicht mal beschweren, du musst nur auf den Knopf drücken und sagen, hey, ich habe das nicht bekommen und dann kriegst du dein Geld wieder. Bitte. Ja, ich würde nicht mal zwei Wochen warten. Oh, Honey. Bitte, krieg dein Geld wieder. 2021, okay, was ich gerade gesagt habe, habe ich da vorgelesen. 2021 hat das Oberlandsgericht Frankfurt gegen Nintendo geurteilt. Der eShop muss angepasst werden und das 14-Täge-Wiederrufsrecht gilt auch für Nintendo. Das findet man bei Google. Okay, aber, General, tu mir nix. Ich glaube, das zählt nur für die physischen Kopien von den Spielen, die du auf dem eShop kaufen kannst. Ich glaube, das gilt nicht für die, ähm, für die digitalen Downloads. Und da, das meinte ich, darum ging es mir. Weil im Nintendo Shop, kannst du ja auch eine Hardcopy von dem Spiel kaufen. Wenn ich hier auf Nintendo gehe, gibt es erstmal Error. Es gibt kein Nintendo. Nintendo, hier. Wenn ich jetzt auf Super Mario Party Jamboree wird es heißen. Das ist ein schräglicher Name. Dann kommt das raus. Kommt das nicht jetzt raus? Nee, nächsten Monat. Dann kann ich hier Pre-Order. 17. Oktober kommt Mario Party raus. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das das Spiel oder ist das digital? Ich glaube, das ist das Spiel. Ja, Deliver. Ich glaube, da geht es um solche Sachen. Also ich kann das hier jetzt vorbestellen und das ist wirklich ein Pen-Holder, es sind Cups und sowas und das ist das physische, das physische Mario Party. Und das kann ich auch wahrscheinlich, wenn ich das Spiel nicht geöffnet habe, 14 Tage lang zurückgeben. Ja. Aber mir geht es um die digitalen Downloads. Da ging es mir um das. Und ich glaube, da hat Nintendo nichts. Kein Wiedergaberecht oder sowas. Dieses Urteil galt spezifisch für digitale Pre-Downloads. Okay, okay. Generell tut mir nix. Da kommt er um die Ecke und beweist, dass ich Quatsch rede. Okay. Das heißt, du aber einen Knopf dafür habe ich trotzdem noch nie gesehen. Das heißt, du kannst wirklich dich dann bei Nintendo melden und die müssen dir das Spiel wieder zurück, also das Geld wieder zurück überweisen. Aber da muss es mehr Regeln geben. Es muss irgendwie Spielzeit noch nicht gespielt und so weiter. Wahrscheinlich darfst du null Spielzeit haben und dann zwei Wochen lang kannst du es zurückgeben. Meine Mutter hat Pokémon Sonne vor ein paar Jahren bestellt und bezahlt. Furukawa, es wird Zeit erwachsen zu werden. Geh jetzt bitte sofort auf Amazon und klick auf die Bestellung und sag Item nie erhalten und erhalte dein Geld zurück oder deine Mutter das Geld zurück. Es ist du hast Geld in den Rachen von Amazon oder irgendeinem Shady Verkäufer auf Amazon geschmissen und die Person rennt mit deinem Geld rum. Bitte! Bitte! Du wirst es nie bekommen, das Spiel. Muss man bei Amazon eigentlich nachweisen können, dass man das Paket nicht bekommen hat? in der Regel ist das ja alles digital archiviert. Also ich glaube, wenn also das ist ja dann also wenn du das Paket wirklich nie erhalten hast, dann sollte auch der Lieferservice, sei es DHL oder was auch immer, das quasi da stehen. da steht ja dann Item wurde nicht versandt, Item ist verloren gegangen, keiner weiß wo es ist und sowas und dann kriegst du natürlich dein Geld zurück. Das ist ja alles digital festgehalten, weil der ganze Weg von einem Paket ist ja wirklich komplett durchdigitalisiert und du weißt zu jeder Zeit wo das Paket ist. Wenn jetzt der Amazon Typ das bei dir ablegt und ein Bild davon macht, wie es vor deiner Tür liegt und du damit einverstanden warst, dass es vor die Tür gelegt werden kann und dann behauptest du auf einmal, dass es nicht angekommen, dann wird Amazon wahrscheinlich erstmal nachfragen, so es tut uns leid, aber wir haben Beweise dafür, dass es bei ihnen angekommen ist und dann musst du halt wirklich beweisen, dass du es nicht hast und das wird dann wahrscheinlich schwierig. Amazon ist da meistens eher nett, weil die halt Geld drucken. Ich hab da auch bisher nur, also es war immer nur einfach, Sachen zurückzugeben auf Amazon, ich hab Sachen, ich hab Geld für Sachen zurückbekommen, ohne dass ich das Produkt zurückschicken musste, weil das für die ein Minusgeschäft gewesen wäre. Der Verkäufer ist in Beweispflicht genau, aber ich meine ja, wenn das komplett durchdigitalisiert ist, dass das Paket bei dir angekommen ist, dann sagen die Nachbars geklaut und dafür können die ja nix. Wenn jetzt der Amazon Typ das einfach vor die Tür legt und du so bist, jo, ich hab nie gesagt, dass vor Tür legen okay ist, dann ist wieder Amazon schuld. Oder wenn sie es draußen im Regen gelassen haben oder sowas. Aber ich habe schon Pakete bekommen, wo dann eine Pfanne drin war, die verbogen war, wegen schlechten Transport. Und wir benutzen die Pfanne heute immer noch, weil es ist nicht so schlimm verbogen. Aber dann habe ich gesagt, jo, Bild gemacht, Paket aufgerissen, Bild gemacht, Pfanne verbogen. Die haben mir das komplette Geld zurückgeschickt, aber ich musste nicht das Produkt zurückschicken. Das heißt, wir benutzen seit Jahren diese Pfanne umsonst, weil sie kaputt angekommen ist. Amazon kann sich halt es leisten, weil sie Geld wirklich drucken. Das ist halt unfassbar. Beziehungsweise es würde mehr Geld für die kosten, es wieder zurück anzunehmen, als es einem einfach zu schenken. Und es sorgt auch noch für Kundenbindung. Ich bin eher gewillt, wieder was bei Amazon zu kaufen, weil das halt so einfach ist. Das ist ja das gemeine. Und ich hatte das krasseste Beispiel ist eigentlich wie ich ich hatte mir so eine Kamera für Stream gekauft für 600 Euro, kam an, ich habe festgestellt, dass ich die doch nicht will, weil sie ein gewisses Feature nicht konnte, habe die zurück geschickt. Ich habe alles genauso gemacht, wie Amazon es gesagt hat, also verpacken, das ausdrucken, das draufkleben, habe es bei der Post abgegeben und dann los. Es kam nie bei Amazon an, 600 Euro Kamera, kam nie bei Amazon an, ich habe die 600 Euro nicht zurückgekriegt und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, wie das ist nicht bei euch angekommen, hier ist mein Wisch, wo steht, dass ich das bei der Post abgegeben habe, dann haben die gesagt, okay, du kriegst die wahrscheinlich die Post, irgendjemand bei der Post hat gesehen, dass das nicht versichert ist, es war auch nicht meine Pflicht, das zu versichern, das Paket, ich soll es einfach nur zurückschicken, jemand hat gesehen, oh shit, 600 Euro Paket, nicht versichert, nehme ich, oder nicht getrackt, keine Ahnung, nehme ich, schätze ich mal und Amazon hat trotzdem mir das Geld zurückgegeben, weil die halt so sind, okay, fuck, die Post hat verkackt, weil ich kann ja nichts dafür, aber es ist halt so einfach, passiert oft mit Paket klauen, ja, vor allem, wenn man halt nicht Tracking auswählt, seitdem mache ich immer Tracking, auch wenn es so viel teurer ist mit Tracking, aber du musst halt fähig sein, das Paket zu tracken, weil wenn es trackbar ist, dann kann sich halt keiner trauen, das Paket zu klauen, genau siehst, wer das wo wann war. Schätze ich. Ja, ich habe früher, früher war das echt oft, dass man die Produkte, ich habe CDs gekauft, also Musik CDs und dann zu Weihnachten schenkt und dann waren meine Familie so, mein Onkel so, ich mag das nicht. Und dann so, okay, cool. Und dann habe ich gesagt, yo, kann ich die Michael Bublé CD bitte zurückschicken? Und dann haben die gesagt, sie kriegen das Geld, sie müssen es nicht zurückschicken, weil das wahrscheinlich ein Minusgeschäft für die gewesen wäre, das wieder zu verarbeiten, als die 5 Euro. Aber inzwischen habe ich das auch erlebt bei den letzten Sachen, die ich zurückgeben wollte, dass die jetzt penibel sind und sagen, bitte zurückschicken bis hier, dahin, so und so. Dann habe ich einmal etwas gehabt, das waren 5 mal das gleiche zu Kabel Trommeln. 5 mal das gleiche und es ist mir aufgefallen, dass nur eine passt und die anderen habe ich nicht gebraucht. Aber ich konnte bei der Rückgabe nicht auswählen, dass ich nur 4 von 5 zurückschicke und nicht alle 5. Also habe ich einfach angeklickt, dass ich alle zurückschicke. Aber ich habe dann nur 4 von 5 zurückgeschickt und die haben dann wirklich penibel oder da ging es um 1, 2, 3 Euro Unterschied. Aber die haben wirklich penibel dann mir das Geld für nur 4 zurück überwiesen. Was ja komplett legitim ist, um Gottes Willen. Aber ich habe das Gefühl, vor 4 Jahren war Amazon da nicht so penibel. Da wäre das denen egal gewesen. Aber ist ja vollkommen das Recht von denen. Retourenbetrüger. Genau. Da gibt es die Taktik mit Gewicht, weil die das nur mit Gewicht überprüfen. Und das ist Betrug, ja. Das ist richtig schön krasser Betrug, wenn man das macht. Du bestellst dir quasi Zement, behältst den Zement, machst die Retoure und anstatt Zement machst du Erde rein, die du draußen findest. Und dann ist das als richtige Retoure durchgegangen, weil die nur das Gewicht überprüfen. Und das ist Betrug tatsächlich. Da sind viele aufgeflogen und dann verklagt worden und so. Melli, danke schön für den Raid, hallo. Das haben viele ausgenutzt. Ja, klar. Aber ich habe es nie absichtlich ausgenutzt. Ich habe einfach immer gesagt, yo, ich mag die drei CDs nicht mehr, kann ich die zurückgeben? Ja, musst du nicht zurückschicken. Okay, ich hätte es gemacht, aber du hast gesagt, ich muss nicht. Amazon ist allgemein sehr lukant, hatte mal von Freunden ein Lego Set geschenkt bekommen und als ich es aufgemacht habe, war einfach Hundefutter drin, hat Amazon ausstandslos zurückgenommen und die Freunde haben das Geld wieder bekommen. Ja, müssen sie machen. Ich glaube, ich finde noch nicht mal, man muss noch, also das mit den jetzt zum Beispiel CDs und dass ich die Pfanne komplett zurückgekriegt habe und behalten durfte, das ist wirklich kulant. Weil die hätten sagen können, kaputt, okay, schick uns das kaputte wieder, wir schicken dir was Neues oder Geld zurück. Aber dass sie nicht mal die kaputte Pfanne zurückhaben wollten, das ist halt krass kulant. Was halt so geil ist bei Amazon den Markt von kleinen Unternehmen kaputt macht, ist halt, dass es so einfach ist, du musst niemanden anrufen, du musst nicht mal eine E-Mail schreiben, du musst einfach nur auf ein paar Knöpfe drücken und dann kriegst du was ausgedrückt, was du zur Post bringst und fertig. Das ist halt so einfach, dass halt Amazon so ein Monopol ist und niemand eine Chance hat gegen Amazon. Amazon aka Twitch Wie lange machst du heute noch? Ich mach immer so bis 8 spätestens. Ich glaube das mit 2000 bei Regidrago wird nix, aber 5000 für Giratina eventuell. Hallo Benni. Ja, bei mir ist immer ein bisschen anders mit Retore. Ich will nicht wirklich, dass es passiert, weil ich bestelle auf Amazon Deutschland und als ich in Deutschland gelebt habe, war das hier noch einfach. Dann gehst du wirklich halt einfach das ist ein QR Code oder musst nichts machen oder dann sagen die sofort direkt okay super weiter zurück oder es liegt bereits drinnen und so und du musst einfach nur das draußen drauf kleben. Aber jetzt hier ich muss auch die Lieferkosten tragen. Also weil das halt außerhalb das von Deutschland ist, da ist kein automatischer Code drauf, der das einfach dann zurückschickt, sondern ich muss wirklich händisch die Adresse draufschreiben, die Lieferkosten zurück übernehmen, halt wirklich das Paket an Amazon zurückschicken. Deswegen ich versuche nichts zu bestellen, was ich nicht wirklich will, weil ich will nichts zurückschicken, weil es ist nicht so einfach, wie wenn es im eigenen Land ist. Das Konzert war sogar richtig geil, Frischi. Apokalyptiker hat richtig reingehauen, es war richtig krass, es war ein bisschen zu laut tatsächlich, das klingt ein bisschen so mi 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 mi. Ich bin auf sehr vielen Konzerten und ich mag Lautstärke, ich mag wenn es laut ist, aber das war ein bisschen zu laut, ansonsten war es perfekt, richtig geiler Klang, richtig geile Performance, richtig geil. Warum bestellst du nicht bei Amazon UK? Weil die fucking UKler aus der EU ausgestiegen sind. Inzwischen geht es, es gibt da irgendwie so ein paar Abkommen, die Amazon mit UK gemacht hat, dass du nicht wirklich Zoll bezahlen musst, aber oder dass es schon inbegriffen ist, aber zu der Zeit, als die UK ausgestiegen ist, war das so teuer auf Amazon UK zu bestellen, weil du halt Zoll zahlen musstest und es hat ewig gedauert, bis es angekommen ist, weil durch diesen ganzen Zoll Kack die ganzen Logistik Zentren verwirrt waren und da gab es krasse Bilder, die man in den Nachrichten Meterhohe Berge an Paketen und keiner wusste wohin damit, weil die alle mit dem Zoll komplett durcheinander gekommen sind, weil die Engländer sich entschieden haben, wir wollen nicht, wir wollen wieder alleine auf einer kleinen Insel sein, Idioten. Aber deswegen ist es komplett egal, ob ich jetzt aus, wenn ich aus UK bestelle, ist das tatsächlich Ausland, wenn ich in Deutschland bestelle, ist das immer noch EU. Also ich bestelle lieber was in der EU als bei scheiß UK, die es verkackt haben. Sollen sie es doch verkacken, ich brauch die nicht. Irland hat kein eigenes Amazon. Das soll sich aber ändern in zwei Jahren. Inzwischen gibt es vereinzelte Sachen, aber die Lager müssen erst richtig gefüllt werden von Irland. UK wäre deutlich näher dran. Ja, aber ob du jetzt von da oder nach da fliegst, ist ja auch nicht so der Unterschied. Aber manchmal gibt es Sachen, die ich nur in UK kaufen kann. Fura Kawa bitte bestellt keine Pokémon Spiele auf Amazon. Lasst es in Zukunft bitte. Weil Amazon verkauft diese Pokémon Spiele nicht. Das ist nicht Amazon, die die Pokémon Spiele verkauft. sind irgendwelche Leute, die ganz shady, ganz scammy Pokémon Spiele auf Amazon verkaufen. Geh lieber auf Flohmärkte, geh lieber auf Amazon, auf Ebay Kleinanzeigen, Facebook Kleinanzeigen, kauf bei den Leuten direkt und nicht über irgendwelche scammy Amazon Dropship Verkäufer. Reicht es zum Online Tauschen, dass beide mit der DNS in den Konix Club gehen oder wie macht man das? Florian, du kannst nicht mehr online tauschen. Die Server von Nintendo sind dicht. Du kannst nicht mehr online tauschen auf DS spielen. Oder was willst du machen? Sag von vorne, was du machen willst. Dann sage ich dir den besten Weg dafür. Gibt es die erhöhte Scheinlich Chance bei den Regis? Nein. Regidragus 1 zu 4000 Der Schillerpin greift nicht bei Regis. Ich habe den Schillerpin. hat bei allen Regis bis auf Regie Illiki deutlich unter 1300 Resets. Glück. Ja, hat es Glück. Habt mal gehört, dass man das mit dem DNS Glitch auch noch tauschen kann. Happens hat das Regie Gigas. Hast du das? Nee, was? Regie Illiki? Regie Gigas? Was hast du jetzt gemacht? Regie Gigas. GG Happens GG. Nice. Aber Moment mal, wo überhaupt? hier hast du die ganze Zeit ein Dyna Nest resettet. Gen 8 Dyna Nest. Der BDSP gibt es auch. Gen 8 sagt er einfach. 733 Soft Resets. Dieser Happens hat so viel Glück bei Legis. Außer bei manchen. Du hast gehört, dass man das mit dem DNS Glitch auch noch tauschen kann. Was denn? Du hast nicht gesagt was? DNS Glitch ist nichts tauschen. DNS Glitch hat nichts mit tauschen zu tun. Und wenn, dann weiß ich es nicht, was du meinst. Freund wollte das Shiny Mew und hat noch einen Shiny Arctos dazu bekommen und andere? Und wo? Wo kriegt man ein Shiny Mew und ein Shiny Arctos? In Gen 1? Okay. Und wie hat er das gemacht? Was hören wir jetzt? Ich weiß was nicht nicht und ich vertausche da was. Es geht schon, aber in Gen 1 Shinies zu fangen ist sehr kompliziert und sehr sehr schwierig, vor allem bei Mew. Deswegen frage ich da immer nach, weil dass jemand sich diesen Aufwand macht, ist sehr sehr selten. Das Mew noch da im Video? Achso, das ist ja geglitscht, das ist ja nicht gefangen. Okay. Das heißt, er hat einfach das gemacht, was ich gemacht habe. Bei Shiny Mew hat er halt den S7 Glitch gemacht und bei Shiny Arctos hat er es resettet, so wie ich. Ach, Arctos, okay, ja, ja, okay. Aber trotzdem beides, ich habe zu beiden Videos. Gut, gut. Dann muss ich wohl doch alle vier Games spielen, will Schillerpin machen, mir das Wettertrio ertauschen, um mir zwei Runs zu sparen. Ich will immer noch wissen, was du vorhast. Ich weiß nicht, ob du das machen musst. Du willst das Wettertrio haben? Für was? Ich bin beim Mewtwo Shiny Gen 1 dran, das macht absolut keinen Spaß. Ja, die Zahlen anschauen ist nicht so geil. Er wollte es einfach fangen und mit übertragen und es war einfach Shiny. Okay, du meinst, ein Freund von dir hat einfach einen Arctus gefangen und das übertragen und gemerkt, oh, das ist ja ein Shiny Arctus. Solchen Geschichten will ich immer nicht glauben, weil es so unfassbar selten ist. Also es ist so unfassbar unwahrscheinlich, dass so was passiert. Aber hey, gut für ihn. Kann sein, kann sein, aber es klingt, es ist so aber es muss solche Leute geben, bei denen das passiert. Also online kannst du dir nicht die Pokémon in Gen 5 tauschen, weil es eben keine Online-Server mehr gibt. Aber du kannst trotzdem mit zwei Systemen, die du selber hast, die Pokémon hin und her übertragen die ganze Zeit, aber du kannst halt nicht online mit jemand anderem von der anderen Seite der Welt tauschen. Das ging doch in Schwarz-Weiß sowieso nicht, oder? Oder doch, da, gerade da ging es. Also da hat es angefangen, dass es geht, ne? Online-Tausch? Doch, das ging. Du kannst über den DNS-Glitch immer noch? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nie gehört, dass man über den DNS-Glitch tauschen kann. Das ist aber dann ein anderer Code, den quasi zwei Leute gleichzeitig benutzen müssen. Dann sollte Florian das mal googeln. Ich habe das schon 20 Mal gesagt und Beweis auf deinem Discord. Das ist mir doch scheißegal. Ich habe danach nicht gefragt. Ich hasse, es tut mir leid, Jay, ich hasse solche Nachrichten, als ob du so tust, als ob du das schon tausend Mal gesagt hast. Das kann sein, aber was kümmert es mich, wenn ich dazu nie was wissen wollte? Das kannst du über alles sagen. Gott regt mich das immer auf. Ich habe das schon 30.000 Mal gesagt. Ja und? Ich habe auch schon 3.000 Mal gesagt, dass mich das aufregt. Du hast auch schon mal ein random Shiny Ho-Oh gefunden? Ja, nach 17 Encountern. In Gen 2, nicht in Gen 1. Bist du mit dem Gen 7 Origin Decks durch? Nein. Ja liest doch du Otto und merkst hier. Genau so klingt das immer. DNS Glitch tauschen klingt auch falsch. Verletzt du doch nur Daten runter von dem Server? Ich weiß auch, ich schätze mal, dass du dir einfach den den Server den Server in dem Moment benutzt, um halt den Tausch zu vollziehen. Das heißt, die beiden Leute sind wahrscheinlich in diesen DNS-Server eingeloggt und dann starten sie einen Tausch. Dann hofft man halt, dass gerade in dem Moment nur die zwei Leute das machen und dann wirst du halt verbunden. Es würde aber bedeuten, dass du wirklich tauscht. Beim DNS Glitch ist es ja so, dass du einfach ein vorprogrammiertes Pokémon runterlädst. Aber wenn du tauscht, dann kriegst du ja wirklich das Pokémon vom anderen. Das neue Heaven Shall Burn Lied ist so ein Dreck. Es tut mir leid. Ich musste das einmal kurz sagen. So ein widerliches Scheißlied. Ach. Du musst ja auch noch die andere Person im Freundesbuch haben. Ah, du musst... Ja, ich weiß nicht, wie man den Gen 5 überhaupt tauscht. Auf jeden Fall Endrick. Ich habe vorhin noch mal Kindwurm probiert eine Stunde lang, aber es kam nicht mal ein Kindwurm im wilden Gras. Also werde ich das offline machen, weil es viel zu langweilig ist für euch. Und deswegen habe ich jetzt hier hin gewechselt. Was so viel spannender ist. Oder zwei Konsolen immer mit Farot tauschen. Ja, aber es geht um Online-Tausch. Ein Schild kann ich gar nicht tauschen, funktioniert einfach nicht. Warum? Bist du auch online gegangen? Erklär, wie du tauschen willst. Weil es muss gehen. Was hast du gemacht? Was hast du für ein Schmarrn gemacht, dass das nicht geht? Jetzt kann ich endlich Gen 8 neu starten und dann nur noch Regi Eliki und Saigat Shiny holen. Dann habe ich alle Shiny Legis. Alle? Wie? Hast du auch sowas wie Voltriant und Annego gemacht? Jetzt antwortet Legi. Oder ich habe deine Antwort schon 10.000 Mal überlesen. Ich möchte Twitch sowie YouTube-Content beginnen. Und wenn ich mit mir deine alten Videos schaue, fühle ich mich danach schlauer. Das freut mich. Aber kann ich dir einen einzigen Tipp noch geben? Schau alle Videos bitte nochmal. Nein. Hör auf, meine Videos zu schauen und fang endlich an. Du möchtest anfangen? Solange du nicht angefangen hast, glaube ich dir kein Wort. Fang an. Das hast du schon ein paar Mal geschrieben. Hat er wirklich? Ich frage die ganze Zeit schon danach. Du hast es einmal bisher geschrieben. Faruk Hava übertreibt nicht. Lady hat es einmal geschrieben und ich habe schon mehrmals gefragt, weil es mich interessiert hat. Lady hat es einmal geschrieben und dann noch ein zweites Mal. Zweimal. Oh mein Gott. Hallo Basti. Enderik, Dankeschön für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön. Äh, Lady? Bitte fang dann einfach an. Weißt du, was ganz viele machen? Was ich auch gemacht habe. Wobei, ne. Weißt du, was ganz viele machen? Sie denken, sie müssen sich erst über ein Thema komplett informieren, bevor sie anfangen. Damit sie den besten Start haben. Damit sie überhaupt erst anfangen können. Weil die wollen, wenn starten, dann richtig starten. Aber das ist leider totaler Quatsch. Das habe ich aber auch in ein paar Videos von mir gesagt. Lady, du musst anfangen. Du hörst jetzt auf, diesen langweiligen Stream zu schauen. machst dir einen Twitch-Account oder lässt den, den du hast und gehst online und spielst ein Spiel oder machst einfach irgendwas. Leo mag Gengar nicht, weil er selbst immer am Ghosten ist. Jep. Ne, weil ich immer geghostet werde. Daran liegt's. Nicht, weil ich ghoste, sondern weil ich geghostet werde. Ist dir bei Kindworm auch schon ein random Shiny begegnet? Nein. Will ich auch gar nicht. Ich gucke lieber Lego-Stadt anzufangen. Hab schon öfter gemacht, aber ich finde ihn nicht und es bricht einfach ab. Alle anderen Spiele gehen. Mein erstes Shiny war ein langweiliges Schanera in Let's Go Evoli. Das zweite Shiny ist um einiges cooler. Das war ein Shiny Fermicula in Schwert und Schild. Das war das erste Fermicula überhaupt in meinem Leben, das ich jemals gesehen habe. Ich wusste nicht, dass das Pokémon existiert. Und dann war ich auf dieser Insel und dann war da so eine kleine Ameise, die bin ich angerannt, weil ich sie fangen wollte, weil ich sie noch nie vorher gesehen habe und dann war sie Shiny. Aber das kann nicht sein, dass du in Schwert und Schild nicht tauschen kannst. Entweder Weiß ich nicht. Ich meine, du musst online gehen im Spiel und dann musst du den gleichen Code eingeben wie die andere Person und dann findet man sich. Manchmal hilft es, das Spiel neu zu starten, wenn es nicht funktioniert. Beide starten das Spiel neu. Und wenn du keinen Switch online hast, dann glaube ich, merkt man das. Du machst dir zu viele Gedanken, Lady. Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Die Antwort ist ganz einfach. Du machst beides hier und da, wie du Bock hast, denn ich werde dir eins verraten. Deine ersten Streams und deine ersten Videos werden richtig scheiße sein. Deswegen musst du jetzt damit anfangen, um diese ganzen Scheiß-Videos und Scheiß-Streams wegzubekommen. Damit du besser wirst, damit du es lernst, damit du es besser weißt und dann langsam über Jahre hinweg dein Content besser wird, wenn du stets dich selbst reflektierst und versuchst, besser zu werden. Aber die Antwort, wenn YouTube oder Twitch, ist die Antwort immer YouTube. Mach lieber YouTube als Twitch. aber du solltest beides einfach machen und dann schauen, was dir mehr gefällt, was besser läuft, wo du mehr Spaß hast. Dein erster Shiny war das Kyurem aus Gen 5. Geil. Kann man auf Twitch nicht viel besser reich werden? Ich habe so Angst, dass du es ernst meinst. Ich habe so Angst, dass du es ernst meinst. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Neue Ramfe Laptop? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wo steckt man in einen Laptop mehr Ram rein? Ich versuche auch endlich seit Wochen anzufangen, 30 Stunden Ribbon Master Content zum Schneiden rumliegen. Oh Gott, bitte, 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 bitte schneid nicht 30 Stunden Content. So eine Zeitverschwendung. Meiner Meinung nach. Ich will nicht sagen, dass du es so machen musst wie ich, aber ich würde dir empfehlen für deine Zeit und für deinen Geist, für deine Psyche, mach es lieber so wie ich, als dass du 30 Stunden Video in 10 Stunden zusammenschneidest, weil das wird wahrscheinlich passieren. viel Erfolg, Endrick, viel Erfolg bei Kindwurm. Ich werde es auch irgendwann mir holen. Das mit Cam oder eher ohne? Weiß ich nicht, siehst du gut an? Also rein faktisch gesehen ist es immer vom Vorteil mit Cam zu streamen, weil mehr Leute schauen gerne Streams, wo man jemanden sieht. Dagegen kannst du nichts tun. Du wirst immer mehr Leute zum Zuschauen kriegen, als wenn du dich nicht zeigst. aber das heißt nicht, dass du es tun musst. Wenn du willst, probier es aus und wenn du dich komisch fühlst, dann lass es wieder. Wenn du nicht willst, dann mach es erst recht gar nicht von Anfang an, sondern mach einfach ohne Cam. Aber umso mehr du es ohne Cam machst, also wenn du es ohne Cam machst, ist es umso mehr wichtig, ist es umso wichtiger, dass du eine gute Mikroqualität hast. und du musst auch ganz anders Content machen, wenn du keine Kamera hast. Weil ich kann zum Beispiel eine Emotion ausdrücken durch einen Gesichtsausdruck. Leute, die keine Kamera haben beim Streamen, müssen Emotionen ausdrücken ohne Kamera, nur mit der Stimme. Als mir das mal eine Streamerin gesagt hat, war ich auch so, oh mein Gott, du hast recht. Jedes Mal, wenn du etwas lustig findest, musst du lachen. Jedes Mal, wenn du etwas, keine Ahnung, gruselig findest, musst du in deiner Stimme machen. Oder, oh, das ist aber gruselig. Du musst immer mit der Stimme jede Emotion wiedergeben, weil die Zuschauer nicht dein Gesicht sehen. Aber, du sollst dich wohlfühlen und wenn du nicht mit Kamera streamen willst, dann lass es. Aber du wirst nur Vorteil, also nicht nur Vorteil, aber es wird immer besser sein mit Kamera zu streamen. Ich spüre deine Abneigung auch ohne Kamera. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Palki, danke schön für 18 Monate. Natürlich kannst du das Brutalander auch in Shiny bekommen. Es ist ja kein Static-Spawn, es ist einfach nur ein wildes Pokémon. Wenn man sich da mit dem Sprechen schwer tut, ist das ja noch schwieriger. Gut, wenn du dich mit dem Sprechen schwer tust, ist es sowieso schwierig, Content zu machen. Aber hey, siehst du mich hier perfekt reden? Nein. Deswegen sage ich ja, du musst reflektiert, alles was du machst, musst du reflektiert machen. Das heißt, selber in dem Moment oder danach, wenn du es anschaust, analysieren, was du besser machen kannst, was du anders machen kannst. Ist das, was ich gerade anschaue, langweilig? Du kannst nicht einfach, und das machen halt 90%, 95%, du kannst dich einfach shiny handen und erwarten, dass Leute dir zuschauen. Geht halt nicht. Weil dir wird niemand zuschauen. Warum sollten dir Leute zuschauen? Den Grund musst du finden. Warum sollten dir Leute zuschauen? 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 Aber dann findest du nur den Grund, wenn du es machst. Do it. Fang an. Morgen. Jetzt. Gestern. Und mach erstmal all die Fehler, die man machen kann. Damit du vielleicht in drei Jahren drei Zuschauer hast. Hoffentlich geht es schneller. Ich kriege echt, ich drücke so viel den A-Knopf bei diesem Giratine, dass langsam mein Arm wehtut. aber selbst Gesichtsgrütze polarisiert? Natürlich. Achim. Nee. Ich kriege euch. Boa memes. secretly, bei dem Kaum 5.000 bei Giratina mache ich noch. Womit überträgst du auf dem PC? Hätte auch Lust auf eine Switch Capture Card. Aber die Bewertungen sind immer noch so, dass ich unsicher bin. Was für Bewertungen? Und was für eine Switch Capture Card? Das gibt es beides nicht. Also der DS wird übertragen über eine Capture Card, die in den DS eingebaut wird. Sehr teuer, 200 bis 300 Euro kostet es, in ein DS eine Capture Card einbauen zu lassen. Kannst du aber googeln, M-E-R-K-I. Merky, der Stefan, der macht das. In Geilhausen. War es Geilhausen? Ich glaube schon. Und eine Switch ist ganz einfach HDMI. Und jedes HDMI-Signal kannst du mit einer Capture Card aufsaugen, abfangen. Das heißt, du brauchst einfach nur eine Capture Card. Und es gibt Capture Cards, die kosten 20 Euro. Und es gibt Capture Cards, die kosten nur 500 Euro. Ich habe eine 500 Euro Capture Card. Nach 5 Jahren dachte ich mir, hey, ich kann ja auch mal eine professionelle Capture Card kaufen. Anstatt eine Elgato. Elgato ist gut, um Gottes Willen. Wenn du die Elgato kaufst, bist du schon im oberen Bereich von Capture Cards natürlich. Aber ich dachte mir irgendwann, ich will endlich null Probleme mehr mit Capture Cards haben. Also habe ich eine Blackmagic Capture Card gekauft. Und Blackmagic ist halt creme de la creme. Allgemein in der Videoproduktion. Aber ich hatte noch nie ein einziges, minimalstes Problem mit dieser Capture Card. Und es ist einfach so eine Bestie. Aber es gibt keinen Grund, vor allem nicht, wenn du nicht streamst. Und du willst einfach nur dein Gameplay von der Switch oder von der Playstation oder was auch immer von einem HDMI-Signal aufnehmen. gibt es keinen Grund mehr als 20 Euro aufzunehmen. Aufzug auszugeben, ernsthaft. Wenn du YouTube-Videos machen willst und es soll hohe Frames haben, hohe Herzzahl oder was auch immer. Dann sind es halt 100 Euro, die du für eine Elgato ausgibst. Oder 200 Euro, wenn du richtig Geld ausgeben willst. Aber wenn du einfach nur hier und da für dich selber einfach deine Shinies fotografieren willst oder kurz aufnehmen willst, dann bitte gib nicht mehr als 20 Euro aus. Für eine Capture Card auf Amazon. Und dafür gibt es eine Website. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ausrufezeichen 4. Die hat so einen Idiot gebaut, die Website, für viel zu viel Geld. Wo du auf Capture Cards klicken kannst. Und dann werden dir so gut wie alle wichtigen Capture Cards angezeigt, die du kaufen kannst. Hab die Live Gamer Pro. Okay. Kenn ich nicht. Ich kenne einige Streamer, die fluchen, seitdem sie Elgato haben. Also ich hatte Elgato und dann hatte ich Ava Media. Ava Media? Ava Media? Und beide haben die gleichen Probleme. Dass es halt hier und da krisselt. Dass hier und da einfach das Bild nicht angezeigt wird und du musst OBS neu starten und sowas. Das haben die alle. Und seitdem ich halt diese Black Magic habe, hast du halt einfach so ein geiles Ding, was nicht schön aussieht. Eine Ava Media oder eine Elgato, ne? Die sind schön designt. Und du denkst dir, oh, Zukunft. Und ich habe einfach ein Ding jetzt in meinem PC stecken, was buchstäblich einfach nur das grüne PCI-Board ist. Mit einem Lüfter drauf und was nicht alles und vier HDMI-Ausgängen. Und dieses Ding funktioniert einfach. Und da ist eine Software dabei, da ist ein Treiber dabei. Und das Ding ist einfach, es ist einfach 4K, 60 Frames, wenn ich will. Und einfach, es funktioniert einfach. Aber 500 Euro. Ich hatte ja auch mit Ava Media, da hast du die ganze Zeit irgendwelche Krissel im Bild, die ich nicht weggekriegt habe. Und dann sagst du da, hey, das geht nicht. Und dann sagen die, ja, das liegt daran, dass bei ihnen irgendein Treiber nicht geht und das. Und dann machst du alles neu, versuchst alles und es geht trotzdem nicht. Und irgendwann denkst du dir auch, das Ding ist Plug and Play. Warum geht das nicht? Aber... Immer noch besser als das 10-Euro-Ding. Wir zocken alles Mögliche. Manchmal hat nur einer Lust und der andere wird gern zusehen. Geht leider nicht. Du warst online und dann will jemand anders dir zuschauen. Ja, brauchst du? Du kannst auch einfach eine Kamera auf dein... In der Webcam auf dein... Auf deine Switch richten. Auf deinen Bildschirm. Oldschool. Ah ja, 20 Euro Capture Card. Ausruhezeichen 4. Do it. Ausruhezeichen 4. Kommst du auf meine Website, wo die aufgelistet sind? Ava Live Gamer Pro. Die hast du. Ja. Ich hatte die Ava Media Live Gamer Duo. Wer ist die Seite? Du machst hier in den Chat ein Ausruhezeichen und dann die Zahl 4. Da. Da. Du willst ein weibliches Shiny Rob Ball? Schambolzen hilft nicht. Ne. Fähigkeiten in Gen 9 wirken nicht mehr außerhalb des Kampfes. Außer Flammkörper und so. Florian. Achso. Ferret. Ferret und Florian haben beide die ähnlichen Namen und beide sind rot. Ich verwechsel euch die ganze Zeit. Ich denke, ihr fragt die ganze Zeit Fragen hintereinander. Abwechselnd. Ferret. Weibliches Rob Ball. Gehst in Kamsin und Popo an die Stelle, wo Rob Ball ist. Und machst einen Ausbruch und machst ein Rezept an und dann suchst du so lange, bis ein Weibchen kommt. Fertig. Das ist die beste Methode. Du brauchst diese unglaublich leichte Methode nicht verbessern. Habe ich mit Endivir geschafft? Habe ich mit Flemli geschafft? Das sind die einzigen mit weiblicher Form, ne? Bisasam hatte ich schon. Ne, mit Bisasam habe ich es auch nochmal gemacht, glaube ich. Oder ich muss es noch machen. Einfacher geht's nicht. Das habe ich schon so oft gemacht und es sind fast immer Männchen. Ja, das nennt sich dann wohl, dass du Glück haben musst. Willst du wissen, wie viele Shiny Leufeo ich gefunden habe, bevor eins männlich war? 17. 17 und die Chance ist 1 zu 8. Ne. Ist hier nicht bei Leufeo sogar 20%? Oder 1 zu 4? Ne, ist ich glaube ich 1 zu 8. 1 zu 8. Ich habe mehr als doppelt so viele Versuche gebraucht, wie die Chance ist. Kriegst du schon hin. Dauert halt ein bisschen. Und Florian, ich habe keine Ahnung von Gen 5. Vielleicht kann dir hier jemand helfen, aber ich weiß nicht, wie du in Gen 5 Shiny hattest. Das kannst du nicht, keine Ahnung, Nagelotz, Perpin, keine Ahnung. Du suchst einfach das Shiny. In Gen 5 gibt es keine Methoden. Gehst du in die Wildnis und suchst es. Ab ins Gras. Warum dreht sich mein Charakter immer nach dem Kampf? Warum mag er nicht gerade ausschauen? Auf den Reggie-Bauch. Erleuchtung wäre gut. Erleuchtung? In Schwarz-Weiß Erleuchtung? Achso, Nagelotz gibt es auch in Gen 6, oder? Ich muss immer noch Zygarde. Ich glaube, ich habe in Y das Zygarde gar nicht gefangen, aber ich brauche es für Sonne und Mond. Ich glaube, ich muss noch ein Zygarde fangen gehen. Ich kann mich erinnern, haben wir nicht... Ne, ich habe zwei Mewtos gefangen, aber ich habe nicht zwei Zygarde gefangen. Geht bestimmt schnell, oder? Weiß jemand, ob sich... Also, meine Theorie ist ja... Das ist eigentlich nicht eine Theorie, das sollte eigentlich funktionieren. Dass ich mein Zygarde aus Y nehme und daraus ein neues Zygarde in Sonne und Mond mache. Und dadurch, dass es komplett neu geformt wird, ist dann die Route... Ich glaube, es war Route 13. Und es verliert komplett die Herkunft von Gen 6 und wird zu einem Gen 7 Zygarde, weil ich es komplett neu synthesiere. Synthetitisiere. Wird der Ball auch neu gemacht? Also, wenn ich jetzt das Zygarde im Meisterball fange... Ich will es nicht ausprobieren, weil ich habe halt nur ein Zygarde, was ich da fangen kann. Wenn ich jetzt ein Zygarde fange... Im Meisterball... Bleibt es im Meisterball? Wahrscheinlich, ne? Weil der Meisterball synthetisiert ja nicht, sondern nur das Pokémon da drin. Es bleibt wahrscheinlich ein Meisterball, ne? Es wäre auch asozial, wenn es im Jubelball wäre und dann verliert man einfach den Jubelball. Ne, der Ball bleibt bestimmt. In Ultrasonne bekommst du Zygarde von den Zellen, ohne es zu fangen. Ja, davon rede ich gerade. Das ist mir schon klar, dass ich in Gen 7 zwei Zygarde als Geschenk bekomme. Wenn man aber die Mathematik macht, und wir haben sie hier gemacht, als ich das Zygarde geholt habe, müsstest du trotzdem viermal Ultrasonne durchspielen, um vier Zygarde zu bekommen. Das will ich nicht. Deswegen nehme ich die Zygarde aus Gen 6, damit ich Ultrasonne und Ultramond jeweils nur einmal spielen muss. Das bringt dir nämlich gar nichts, wenn du beide geschenkt bekommst, ob Hund oder Schlange. Am Ende hast du trotzdem nur eins. Weil du sie synthetieren musst, zusammen machen musst, in einen Würfel stecken musst. Du brauchst die Zellen, musst mindestens zehn Zellen finden, du kannst die Zygarde 10% umwandeln. Das, was ich gerade gesagt habe. Nochmal. Hast du es eigentlich auch zum Gen 7 Origindex gezählt, alle Zygarde-Zellen einzusammeln? Nö, weil ich habe Ultrasonne und Ultramund gespielt, da muss man keine Zellen einsammeln. Da muss man Sticker sammeln, was viel cooler ist. Ich sammle keine Zellen. Also ich muss keine Zellen sammeln. In Ultrasonne sammelst du die Zellen, indem du das Pokémon bekommst. Du bekommst das 10%, das sind 10 Zellen. Dann bekommst du das 50%, also das fängst du, dann hast du 50 Zellen. Und in dem Würfel, den du bekommst, sind 40 Zellen und damit hast du 100 Zellen. So sammelst du die Zellen in Ultrasonne und Ultramond. Soweit ich weiß, gehen die Gen 6 Zygarde nicht, kann es aber gerne für dich austesten. Ich teste es selber. Und warum sollte das nicht gehen? Es ist ein Seilgard. Und wenn, dann muss ich Gen 7 dreimal spielen und dann gebe ich mir die Kugel. Ich gebe mir jetzt beim zweiten Mal schon die Kugel. Aber den Würfel bekommt man doch nur in Sonne und Mond und nicht in Usum. Das ist falsch. Dann bekommt man den Usum, denn ich habe ihn in Usum bekommen. Spielst du das Spiel durch, gehst in die, dahin wo die zwei aus Gen 6 stehen. Und dann geben sie dir 10% und den Würfel. Und dann kannst du in den Würfel das Seilgard reinstecken und zu 100% nehmen. Ich habe mir früher ein Pokémon-Spiel gekauft, vor 10 Jahren gespielt, bis ich Champ war und weggelegt. Hoffentlich war es nicht Gen 2, weil dann hast du erst die Hälfte des Spiels gespielt. Ja, du, was ich jetzt, deswegen mache ich ja dieses Projekt Origin Decks. Was ja auch nur ein bisschen die Oberfläche ankratzt. Aber allein durch diesen Origin Decks, vor allem in Gen 3 und Gen 4, musste ich Sachen machen. Die man damals halt machen musste, um alle Pokémon zu kriegen. Von Events. Und dann kommt halt hinzu, dass ich diese Events nicht mehr machen kann. Deswegen muss ich Glitches machen, um diese Events zu machen und so weiter. Das sind alles Sachen, wo ich mir denke, boah, wäre das cool gewesen, wenn ich das damals gewusst hätte und damals gemacht hätte. Und tatsächlich mitgemacht hätte, als die Events wirklich passiert sind und so. Und tatsächlich, ich in den Mediamarkt gehe mit meinem Gameboy und dort dann ein Scheimen drauf getauscht bekomme oder was auch immer. Aber deswegen mache ich das ja jetzt alles. Und hole es nach und versuche so ein bisschen zu erhaschen, wie es wohl damals gewesen sein muss. Leider ist es halt wirklich nur cool und besonders von Gen 1 bis 5. Und 5 fängt schon an, dass es wenig ist. Aber seit den 3D-Pokémon ist das alles nicht mehr besonders. Und wird halt zu Standard. Ich lade etwas runter und habe es. Ohne Origin 6 hätte ich nie Ranger angefasst. Ich hätte Ranger trotzdem wegen Shiny Mana 4 angefasst. Aber Ranger ist so kacke. Aber ich würde mir auf der anderen Seite wünschen, dass jedes Pokémon-Spiel miteinander irgendwie verknüpft wäre. Ich meine, viele sind es. Aber viele sind es auch nicht. Zum Beispiel, es gibt für mich keinen Grund, Pokémon Ranch zu spielen. Aber ich würde gerne. Vielleicht werde ich es auch irgendwann machen. Aber Pokémon Ranch brauchst du halt nur... Was heißt nur? Aber wenn du... Ich weiß nicht, ob... Ja, wahrscheinlich schon. Pokémon Ranch gibt dir halt ein Fion. Oder ein Manafi sogar. Auf jeden Fall ein Mew und Manafi, glaube ich. Wenn du in Gen 5 Fion und Manafi und Mew haben willst, musst du Pokémon Ranch spielen. Warum haben sie das mit Mew wieder gemacht? Was man schon tausendmal irgendwo bekommt. Hätten sie das mit Victini gemacht? Oder mit irgendeinem anderen Gen 5 Mon, hätte ich das natürlich sofort gemacht. Aber wenn du in Gen 5 100% willst, dann musst du Pokémon Ranch auch haben. Aber dann gibt es Spiele wie Mystery Dungeon, die gar nichts mit den Hauptspielen zu tun haben. Oder halt all die anderen kleinen, kleinen Spiele. Aber dann sowas wie Colosseum. Oder Channel. Oder Ranger. Haben halt eine coole Verknüpfung. Und sorgen dafür, dass du es halt wirklich auch mal spielen musst. Ich wünsche nur, dass... Es wäre halt geil, wenn alle Spiele miteinander verknüpft wären irgendwie. Es gibt einen auf YouTube, der die Spiele auf absolut 100% durchspielt. Und Gen 3 ist unverschämt von 100%. An wen denkst du da bloß? Oh mein Gott. Den Pomek gibt es damals Anfang der zweiten Tonner zu machen, wäre krass gewesen. Pomek Glitch ist gar nicht so neu. Den gab es jetzt nicht unbedingt direkt als Gen 3 rausgekommen ist. Aber 5 Jahre später oder sowas hat man das auf jeden Fall schon gemacht. Es war nur damals unfassbar schwierig. Und inzwischen gibt es halt... Ähm... Inzwischen gibt es halt einfache Wege. Also das Video, was ich gemacht habe, der Weg ist der einfachste bisher. Und noch vor 5 Jahren sah dieser Weg so unfassbar... Unfassbar. Der war unfassbar schwierig. Und jemand hier, ich glaube Dämnis war es, wusste nicht, dass es den neuen Weg gibt und hat den alten Weg genommen. Wo man halt noch die Kampfpyramide machen muss. Und da alles perfekt machen muss und sowas. Und inzwischen ist das ja alles geschenkt. Pomek Glitch. Und wenn du schon den lieben Karpfe-Diem, Freund von diesem Kanal, erwähnst, Furukawa, dann erwähne ihn doch bitte richtig. Erstens heißt er Karpfe-Diem. Nicht Karpfe-Diam. Zweitens heißt er Dennis. Drittens spielt er die Spiele nicht auf 100% durch, sondern auf 1000 Milliarden%. 100% zu behaupten, dass Karpfe-Diem die Spiele nur zu 100% durchspielt. Das ist eine Beleidigung für diese grandiosen Videos, die er macht. Und ich reagiere da einfach immer ein bisschen eleggisch drauf, wenn es jemand sagt. Weil ihr müsst nicht so tun, als ob wir den nicht kennen. Wer Karpfe-Diem nicht kennt, ist selber schuld. Den kennt jeder. Wer ihn nicht kennt, der muss mal in den Spiegel gucken und sich fragen, was ihr in eurem Alltag macht. Dass ihr nicht Karpfe-Diem kennt. Erst gestern war da auf Twitter wieder etwas, wo ich wieder die Nase rümpfen musste. Gestern hat er selber gemacht. Was? Habe ich das nicht gesehen? 100% Zelda. Bisschen Abwechslung, ne? Gestern hat jemand, ich habe es leider auch nicht gesehen, er auch nicht, auf Twitter. Es liest man leider viel zu oft. Und es sind einfach dumme Idioten, die für ihre Content Creator reden müssen. Ganz schlimm. Razer macht ja seine, ich spiele jedes Spiel auf 100%. Und wie immer, sobald man auch nur ansatzweise 100% erwähnt, kommt irgendein Typ von der Ecke, kommt irgendjemand herbei und sagt, actually, nur Karpfe-Diem darf Spiel auf 100% spielen. Denn er macht das richtig und gescheit und du machst ihm bloß nach. Also wieder typisch. Schreibt Razer einmal so, yo, voll cool, ich mache Pokémon gelb und das habe ich gemacht und 100%. Actually, das hast du nur von Karpfe-Diem abgeschaut. Gott. Und dann Dennis selber hat drunter geschrieben so, ey, tut mir leid, dass so ein Idiot das geschrieben hat. Ich finde voll cool, dass du die Spiele auch auf 100% spielst. Das ist so ein Bullshit. Als ob, als erstens, erstens, als ob Dennis erfunden hat, Spiele auf 100% durchzuspielen. Er selber weiß es natürlich, dass er es nicht erfunden hat. Zweitens, er selber hat gesagt in einem Livestream, dass er auf die Idee gekommen ist, Spiele so krass zu 100%, weil er den Kanal The Completionist so mag. Von Gerard. Zweitens, müssen dann andere Leute, die seine Videos schauen, für ihn sprechen? Was ist das für ein Quatsch? Das Erste, was man macht, ist überlegen, hey, würde das vielleicht den Content Creator stören, über den ich rede? Und nur wenn du zu 1000% weißt, dass das den Content Creator stören würde, kannst du vielleicht dich auch darüber aufregen, weil du Fan davon bist. Aber natürlich regt sich niemand darüber auf, wenn man ähnlichen Content macht. Dennis, R-Legende. Was? R-Legende? Wenn ich gestern auf dem Konzert war, was für ein Konzert? Bei deinem Weg muss man nur bis zur Kampfzone gespielt haben. Genau, weil dort halt der Klon-Glitch ist. Aber es gab halt den alten Weg. Für den alten Weg musstest du die Kampfpyramide auch geschafft haben. Rom-Gen 5, das war Gen 4, das mit Pokémon Ranger kompatibel ist. Ich rede nicht von Pokémon Ranger. Ist Pokémon Ranger kompatibel mit Gen 4? Kann sein. Gibt es kein Spiel, was dann mit Gen 5 kompatibel ist? Ah, nur Traumradar. Traumradar ist das Einzige mit Gen 5, ne? Pokémon Ranger ist Gen 4. Du hast vollkommen recht. Ach, du hast gerade gefragt, warum du Dennis Sailor's Stream gestern nicht mitbekommen hast. Achso, weil ich auf dem Konzert war. Ja. Trotzdem, ich muss doch, ich krieg doch, ich muss doch alles mitkriegen. Du guckst, Cartoon ist nicht auf Deutsch, sonst wüsstest du das. R-Legende? Ist das jetzt Spongebob wieder? Die R-Legende? R-Legende? Hallo, Relaxo ist gut. Was war das bei mir? Mein YouTube-Kommentar hat nämlich auch irgendwie sowas gesagt. Nicht mit Kaffee Diem, aber irgendwas. Ah, was war das? Das war mit irgendwas anderem. Ah, was war das? Das war so geil. Was war das? Das war so abstrus weit entfernt von dem Content, den ich mache. Und jemand hat gesagt, das macht schon jemand. Und ich so, okay. Das war so ganz eine andere Ecke sogar. Sowas wie, wenn jemand sagen würde, also es tut mir leid, Gronkh macht Let's Plays. Du kannst dich einfach Let's Plays machen. Was machst du? Irgendwie so abstrus war das, aber auf Pokémon. Ich hab's vergessen. Family Guy. Nach Family Guy hab ich auch noch auf Englisch geguckt, oder? Was? 5000 voll? Mies. Warum mies? 5000 ist nicht so viel. Die Regel auf diesem Kanal hier ist, solange wir unter den Odds sind, das heißt bei Giratina 8000, gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Sobald wir bei 8000 Resets sind, also noch fast doppelt so viel, ab dann dürfen wir anfangen, ungeduldig zu werden. Was bei Reggie Drago noch einiges ist. Aber alles unter 8000 bedeutet, dass wir Glück haben. Du hast eine Elite-Filinara gefunden, wo läuft das überhaupt rum? In Verzerrungen, oder? Dachte die Hälfte. Ab der Hälfte schon aufregen? Nein. Dann würde ich mich ja beim Brüten bei 200 Eiern schon aufregen können. Ich hab Hunger. Ich bin Nub, lass mich. Ist okay. Viel zu lernen du hast, du gut aufpassen musst, viele Fragen du stellen musst und ich deine Fragen ins Lächerliche ziehen muss, damit ich Spaß haben muss, kann, werde. 5000 sind nicht so viel. Leo hatte ja mal 10.000 bei Imon gebraucht. Können wir das bitte korrigieren? Fake Fan. 30.000. 28.000 war mein Deoxys, oder? Was war mein Deoxys? 28.000. Oder? 28.000. 28.000. Du resettest gerade Seeliby für den Shiny Living Decks. Geil. Aber ich möchte auch dich korrigieren. hoffentlich Shiny Living Form Decks. Alles andere ist inakzeptabel. Äh, in Kristall machst du das? Ich meine, woanders geht's nicht. Geil. Mein Seeliby ist nicht daher. Mein Seeliby ist langweilig von einem Event. In Schwert und Schild sogar. Langweilig. Fast 30.000, das erklärt deine Geduld. Ja, aber die Resets von Deoxys waren auch, äh, was war? Vier Stück in 30 Sekunden. Event ist cool. Ne, das... Viridian... Wie heißt der Forest eigentlich? Viridian Forest. Seeliby oder Kurt Seeliby ist viel cooler als das Event. Und beim Event muss ich einfach nur meine Switch anmachen an einem bestimmten Tag und fertig. Ach ja, ich mache natürlich auch ein Alpha Form Decks. Natürlich, ich weiß. Ich erwarte nichts anderes. Zunächst nur ein normaler Shiny Decks, dann mal schauen. Ich möchte dich aber vorwarnen. Ich habe das auch zuerst so gemacht. Ich möchte dich vorwarnen, weil im Nachhinein habe ich es bereut, dass ich nicht von vornherein Form Decks gemacht habe, weil ich zum Beispiel kriegst du einen Bisasam. Und... Bisasam, schlechtes Beispiel vielleicht. Aber du kriegst auf jeden Fall ein weibliches Bisasam. Und zwei männliche Bisasams. In weiser Voraussicht auf dem Form Decks würdest du jetzt das weibliche Bisasam zum Bisa Floor machen. Was habe ich gemacht? Das männliche Bisasam zum Bisa Floor gemacht, weil es mir egal war. Und dann habe ich auf dem Form Decks umgeswitcht und dann war es so, oh, jetzt brauche ich noch mal ein Bisasam. Weil ich das eine männliche zum Bisa Floor gemacht habe und das weibliche nicht. Das heißt, das weibliche mache ich noch mal zum Bisa Floor und dann fehlt mir eins. Okay, in der Logik hätte mir sowieso eins gefehlt, weil ich ja zwei darf und brauche. Aber irgendwie so gab es ganz viele Probleme, die ich dann hatte, dass ich vieles nochmal oder halt viele Shinies dann verschenkt hatte zum Beispiel, weil ich sie doppelt und dreifach hatte und dann im Endeffekt auch gebraucht habe, weil ich ein Form Decks gemacht habe. Ich meine, wenn du jetzt fängst und auch wenn du noch kein Form Decks willst, bei manchen Situationen vielleicht denken, ah, aber wenn ich mal einen will, soll ich das jetzt schon in weiser Voraussicht so und so machen. Du wirst es bereuen, denn sobald du den Living Decks fertig hast, wirst du den Form Decks wollen. Weil auf einmal stehst du vor dieser Leere und weißt nicht, wohin mit dir. Und dann gibt es nur den einen Weg Richtung Form Decks. Wann geht es eigentlich weiter mit Entei? Dann, wenn ich die Muse hatte, meine vier Gamecubes wieder mit dem PC zu verbinden. Die vier Gamecubes stehen im Moment hinter mir und ich habe noch nicht die Zeit gefunden, die irgendwie mit dem PC zu verknüpfen. Wahrscheinlich muss ich sogar Kabel kaufen, weil ich nicht lang genug Kabel habe. Stimmt, da war was. Das Platin-Update für Pokémon Ranch gab es nur in Japan. Stimmt. Stimmt, Pokémon Platin ist nicht mit Ranch kompatibel. Diese Pissnelken. Alles verkacken sie. Oh, noch 50 Geratina, es wirkt so viel. Mach mal hin, Geratina. Hoffentlich kommt keins. Ich habe Hunger. Machst du auch Choraidon Shiny suchst? Natürlich. Natürlich suchte ich Shiny Choraidon. Natürlich. Oh, bitte. Relaxo, verrate mir. Welche Shiny Methode findest du am besten, um Choraidon zu finden? Wie finde ich Shiny Choraidon am besten? Ich bin mir doch nicht so ganz sicher, welche Shiny Methode ich da nehme für Shiny Choraidon. Soll ich es brüten? Ich glaube, die du bei den beiden machst, ich glaube, die, die du bei den beiden machst. Welche mache ich bei den beiden? Du musst genauer sein. Ich freue mich da nämlich auch schon drauf, Choraidon zu Shiny hunting. Aber wie heißen die? Welche soll ich denn machen? Die Shiny Methode wollte ich auch schon sagen, aber ich glaube, die Shiny Methode geht nur bei Mi Raidon, nicht bei Choraidon. Relaxo, bitte informier dich. Ich brauche deine Hilfe jetzt. Also in Gen 9, in Gen 9, in Gen 9 gibt es Massenausbrüche, Masuda, also Eier ausbrüten oder Massenausbrüche, Eier ausbrüten oder einfach in der Wildnis suchen. Wie mache ich das dann bei Choraidon? Genau, wo kann ich Choraidon hunting? Wo? Ich freue mich schon drauf, ich werde es bald machen. Aber relaxo, du musst uns sagen, wo und wie. Ich weiß auch nicht, welche Methode ich benutzen will dafür. Ich hoffe, relaxo ist jetzt nicht still. Ich hoffe, er gatekeep it nicht. Er gatekeept gatekeept gatekeep it gatekeept nicht, wie man Shiny Choraidon bekommt. Wir müssen diese frohe Kundschaft verbreiten. Wir bekommen keine Antwort. Und wieder verheimlicht einer seine Shiny Methoden. Wir werden nie wissen, wie wir Shiny Choraidon bekommen. Ich gebe relaxo noch drei Minuten, um uns die Methode zu verraten. Hallo, Chris. Hallo, hallo. Ganz unten beim Schlund von Baldeo beim Labor gibt es aber eine Seite, wo Choraidon herkommt aus der Story und da wartet das zweite Choraidon. Ah. Du meinst also das Choraidon, auf dem ich nicht reiten kann. Ah, ja, ja, ja. Stimmt. Weil das Choraidon voll Gott, ich glaube noch nie hat mir so ein gutes Timing für dieses wundervolle Emote. Ja, 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 ja. Weil es stimmt natürlich, das Choraidon, auf dem man reitet, das kriegt man in der Story, wenn man am Anfang das Sandwich hergibt. Und das ist Shiny Locked. Weil auf dem reitet man ja. Das ist Shiny Locked. Das kann man nicht haben. Aber dann, wenn man die Story durchgespielt hat, dann ist er unten bei der Endstory, dann ist er diese Rampe und dann steht das Choraidon oder Mireidon. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich nicht Shiny Locked. Das wäre ja ultra asozial von Game Freak, wenn sie das geshinylocked hätten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, äh, morgen, morgen mache ich das im Stream. Leute, ihr habt es gelesen. Relaxo, wir haben endlich die Bestätigung. Morgen, 16 Uhr, twitch.tv slash liosmind. Wir gehen in den Schlund von Paldia und wir stellen uns vor Choraidon und dann wird Homebutton gedrückt, A gedrückt, Homebutton gedrückt, A gedrückt und dann wird das hier passieren. und dann wird es Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch auf ernsten Content wechseln soll. Ich bin direkt dabei. Ich werde alt, meine Augenringe werden tatsächlich. Ich hatte das hier nie, diese Puffy, Puffy, Puff Daddy. Okay. 3, 2, 1. Relaxo! Hör mir jetzt zu! Relaxo! 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 Hör auf, solche Fake News in irgendwelchen Twitch-Streams zu verbreiten. Es gibt dumme Menschen auf der Welt, dumme, dumme Menschen, so wie hier auch vorhin welche waren, die dir sowas abkaufen, die dir sowas glauben. Choraidon und Miraidon sind shiny-locked. Und nein! Furukawa! Auch das dumme Miraidon beim Skilaufen ist nicht shiny. Die Leute sind und haben nur keine Augen im Kopf. Keine Augen im Kopf. Das Miraidon, genauso wie auch das Choraidon, werden beim Skifahren voller Schnee und somit heller, somit sieht das Miraidon so aus, als wäre es shiny, aber es ist nicht shiny. Es kriegt einfach nur eine Eisschicht auf sich drauf, wodurch es shiny aussieht. Wir haben diesen Frame, diese Skifahrt, genau analysiert damals im Stream, als die Leute rumerzählt haben, das ist die shiny-Version, das ist ein Bug. Nein! Das ist einfach nur fucking Eis auf dem Skin von Miraidon. Haben die Leute keine Augen im Kopf. Und dann kommen die Leute und verbreiten solche Scheiß... Oh, das Miraidon ist übrigens irgendwie shiny. Nein! Nein! Ist es nicht! Ahhhh! Ungebildete Shiny Hunter! Instant Drops, tut mir leid, dass ich dich, obwohl du heute zum ersten Mal hier bist, direkt mehrmals timeouten musste. Aber ich, ich musste mir diesen Spaß erlauben. Ja, Achman. Achman. War es nicht irgendein Politiker? Achman? Jürgen Achman? Klingt wie ein Jürgen Achman. Du bist Freitag auf Powerwolf-Konzert. Okay, das muss jetzt sein. Du bist hier nicht mehr willkommen. Christenstein, du bist hier nicht mehr willkommen. Auf dem Powerwolf-Konzert. Du bist hier nicht mehr willkommen. Ich erwarte 100 Subs als Entschädigung. Vielleicht überlege ich es mir dann nochmal. Ich finde das Hamburg viel schlimmer. Achso, ein Konzert in Hamburg. Ja. Oha. Toasty, du bist ein Eisenrad. Im November Sleep-Token. Ist das besser? Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt ja. Ne, vor anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt ja. Hey, die haben neue Masken, die Sleep-Tokens. Hat der Sänger seine Maske schon? Ich habe nur damals gesehen, als die Mitglieder, die Bandmitglieder neue Masken gezeigt haben. Außerdem ist Hamburg tatsächlich eine schöne Stadt, ja. Was hat Hebbens gegen Hamburg? Der war wahrscheinlich noch nie in Hamburg. Er hat keine. Noch keine? Oder ist er jetzt Nagisch? Ist er Nagisch? Deine Ex lebt dort? Ich sag doch, schöne Stadt. Ich habe sie auf Summer Breeze letztes Jahr, also vor einem Jahr live gesehen und ich war ein bisschen sehr, ich war davor so, so bestimmt voll cool, weil die voll abgespaced sind und hier und da Jazz und dann hier voll krass und so. Und dann hat sich jedes Lied gleich angehört. live. Und es war einfach langweilig. Aber wenn du sowieso, wenn du die Musik magst seit Jahren und die Lieder kennst, dann wird das bestimmt geil. Ich hatte mehr erwartet. Ich glaube, viele waren so, viele waren so, oh mein Gott, die sind gerade so krass gehypt. Die ganze Band war ja, zu dem Zeitpunkt war das so dieses, oh wow, wer sind diese neuen crazy Leute? Und daran waren viele beim Konzert so, irgendwie ist das ganz normal. wie jede andere Metalband. Bill Murray kenne ich nicht als Vorband. Und wer ist Bill Murray? Bill Murray? Moment mal. Bill Murray, der von Ghostbusters? Bill Murray lebt noch? Erstens. Ja, Bill Murray lebt noch. Hä? Natürlich lebt Bill Murray, ist der nicht schon neun? Nein. Ja, nein, der ist 80 wahrscheinlich. Hä? Bill Murray ist großartig. Der ist immer noch in Filmen die ganze Zeit. Bill Murray macht richtig geile Lieder. Bill Murray macht richtig geile Lieder. Ich weiß nicht, wie ich es anders aussprechen soll, weil da steht Bill Murray. Oder ist es Bill Murray? Bill Murray. Bill Murray ist 74. Ich meine, der war auch im neuesten Ghostbusters. Und der neueste Ghostbuster war gar nicht mal so schlecht. War voll epic am Ende. Mit Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray war ein Gitarrist von der Band Attack Attack. Oh Gott, okay. Dann, dann... Ich brauche das dann nicht. Ausgesprochen Bill Murray. Echt? Ist das nicht verwirrend? Und auf die Bühne. Wir begrüßen Bill Murray. Nein! Und dann kommt so ein Typ mit langen schwarzen Haaren, der bei Tech and Tech gespielt hat. Waren das nicht drei originale Filme? Also drei alte? Gab es nur zwei alte Ghostbusters? Das waren drei. Vielleicht waren es nur zwei. Dann gab es diesen schrecklichen mit den Frauen. Das klingt jetzt so, als ob er deswegen schrecklich war. Aber er war einfach so nicht gut. Der war halt so Slapstick Ghostbusters. Und dann der neueste. Ich habe den angeguckt. Der war echt... Geile Effekte, geile Geister. Und die Story war auch echt emotional am Ende und so. Es war echt... Ein guter Ghostbusters. Der neueste war echt... Ich würde den jedem empfehlen. Wenn man sich ein bisschen informiert, auch echt interessant. Weil ein paar... Es ist wie so ein Reboot. Wie dieses Star Wars Episode 6 Ding. So ein bisschen... Es erinnert einen viel... Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, acht, neun. Sieben. Ähm... Nicht sechs. Episode sieben. Ähm... Viele Geister aus den ersten Ghostbustern kommen drin vor. Und die haben die Original Puppen von damals benutzt. Deswegen denkt man sich zwischendrin so... Wow, warum ist das kein krasses CGI? Ja, weil sie die Original Puppen benutzt haben. Und auch am Ende ist es sehr so... Oh... Ich fand ihn gut. Nette Retourkutsche. Ich weiß, das meintest du gerade nicht zum Film. Aber es passt auch ganz gut. Hab letzte Woche für den Seproyal-Raid ein paar Finks brüten wollen für Phinexes. Und das erste war einfach ein Shiny und weiblich. Nice. Das allererste sogar. Hab kurz vorher noch gescherzt von wegen Imagine, wenn da jetzt ein Shiny dabei ist. So ist das. So passiert das. Will Mary hat ein Feature mit Will Ramos? Ramos? Ich mag den nicht. Also ich hab drei Lorna Short T-Shirts, aber ich mag ihn trotzdem als Typen nicht. Der ist mir zu YouTuber Thumbnail. Weißt du, was ich meine? So, ich find die Musik geil. Die Stimme, die er macht, ist geil. Ich hab nix dagegen. Aber... Ich find es... Aber immer wenn ich den in YouTube-Videos sehe und dann ist er so... Hey Leute, heute machen wir wieder ein React auf dieses Lied. Und hey, lasst uns ne Kamera in meinen Schlund reinschieben. Dann denk ich immer so... Was bist du jetzt? Deathcore-Meister der Stimme? Oder bist du ein YouTuber in 1900... Okay, so... 2010. Also die Musik ist großartig, aber ich muss ja ihn nicht mögen. Ich schau die mir auch live an. Hab ich auch schon. Ich mag ihn als... Also ich guck mir kein YouTube-Video von dem an, weil... Keine Ahnung. Der verliert bei mir so an Ernsthaftigkeit, wenn ich ihn dann so sehe, wie er so voll... Und ich denke so... Sei cool und hart jetzt! Dann ist er so... Er hat so YouTuber-Thumbnail, so... Wieso muss er cool und hart sein? Damit ich ihn mag. Aber er will ja anscheinend von mir nicht gemögt werden. Also ist das ja auch okay. Der muss cool und hart sein. So wie Phil Boseman. Phil Boseman von Whitechapel. Da müsst ihr mal das neue Lied anhören. Back to the Roots. Was der da... Was der da macht... Unfassbar. Der ist cool und hart. Der ist cool und hart. Gemögt. Gemögt. 1800... Oh stimmt, 1800 schaffe ich. Stimmt. Reggie Drago ist so langsamer als Giratina. Ja, Korpsgrinder ist mega. Aber du siehst kein Video von Korpsgrinder auf YouTube, wie er irgendwelche Reacts macht und in die Kamera guckt und pausiert und so. Wow. Habt ihr diesen Breakdown gehört, Leute? Unfassbar. Ich sag ja nicht, dass du ein Arschloch sein musst. Und Will Ramos kann auch sein, wie er mag. Ich sag doch einfach nur, ich mag ihn als Typen nicht. Weil er einfach so Fake YouTuber ist. Wie er sich verhält. Was ja auch funktioniert. Aber ich mag es halt nicht. Bye, Jay. Aber Korpsgrinder ist halt hart und cool. Der ist halt True, Mann. Den siehst du nicht auf einem Thumbnail seinen Mund groß öffnen. Weil seine Haare davor sind. This next song is for the ladies. This next song is called Shooting Blood from my Cock. Äh, was hast du gegen Reactions? Alles. Hä, nichts. Warum versteht ihr meinen Punkt nicht, den ich mache? Warum muss ich jemanden mögen? Nur weil er existiert. Was mein... Hä, ich hab nichts gegen Reactions. Habe ich irgendwas gegen Reactions gesagt? Hallo, Lurki. Die... Noch 20. Noch 10. Rechts. Ich glaube mit Korpsgrinder kann man bestimmt mega cool abhängen. Tatsächlich. Einer mit dem wir immer auf Summer Breeze gehen. Aus der Schweiz. Hat mit der Band... Hat mit der Band abgegangen. Er erzählt die Geschichte jedes Jahr wieder. Und ich höre jedes Mal wieder gerne zu. Aber Cannibal Cops haben bei denen in einem kleinen Club gespielt. Irgendwo in der Schweiz. Und dann haben die halt da auch im Club abgehangen. Und er hat dann einfach mit denen auch so... Einen durchgezogen und alles. Und haben gequatscht. Und dann haben sie ihn gefragt... Weil die haben am gleichen Tag nochmal gespielt. Also am nächsten Tag nochmal gespielt. Dann haben sie ihn gefragt, hey, wenn du unsere Songs alle so gut kennst. Was für einen Song sollen wir morgen spielen, den wir heute nicht gespielt haben. Damit du nicht das gleiche nochmal siehst morgen. Dann hat er gesagt... Das ist eine Lied. Und dann haben die gesagt, ja, zufälligerweise üben wir das gerade. Also ja, können wir machen. Und am nächsten Tag... Haben sie das Lied angekündigt. Und haben gesagt, für ihn hier... Vorne in der ersten Reihe. Und haben für ihn das Lied gespielt. Ich bin kein großer Cannibal Cops Fan. Mir ist das zu krass. Zu wenig... Das ist zu schnell. Ich mag ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr... Struktur ist das falsche Wort, aber ein bisschen mehr Struktur, die ich erkenne. Ich habe sie auch schon zweimal live gesehen. Aber er ist halt abnormaler Fan. Und das war, glaube ich, sehr cool für ihn. Ja, der Schlagzeuger von denen ist auch Pole. Und er ist auch Pole. Ich glaube, die haben dann polnisch geredet und so. Jedes Jahr ist die Geschichte ein bisschen anders. Nee, jedes Jahr ist die Geschichte exakt gleich. Auch die gleichen Komma an der gleichen Stelle. Und exakt gleicher Gesichtsausdruck. Das war wirklich so. Noch sieben rechts. Ich darf nicht, ich darf nicht drüber gehen. Sonst muss ich wieder 100 mehr machen. Entfernen zu wollen, Glänze. Entfernen zu wollen. Also, wir sehen uns nicht die Geschichte. Einmal. Wir sehen uns nicht an die Geschichte. Lieblingsgerät. Und dann ist hoffentlich bald das Essen fertig. Oh nein, ich wurde angerufen. Vor zwei Stunden. Es war bestimmt ein Amazon-Paket, das mich angerufen hat. Ich hoffe, es liegt vor der Tür. Eigentlich blöd, dass ich da unten den Schiller-Pin habe. Bei beiden Pokémon gilt der Schiller-Pin nicht. Wenn Rosa mich angerufen hätte, hätte ich glaube ich die Nummer erkannt. Rosa ist im Wohnzimmer. Ich glaube, das hätte ich erkannt, die Nummer oder den Namen neben der Nummer. Aber ja, das ist auch schon öfter passiert. Weil ich habe nie mein Handy auf laut. Ich mag das nicht. Nur immer, wenn ich auf den Anruf warte und solange ich auf den Anruf warte, jedes Mal hasse ich es, wenn das Telefon irgendwie bimmelt wegen irgendwas. Dieser Zwang, dann direkt drauf zu gucken, mag ich überhaupt nicht. Dieses, oh mein Gott, mein Handy hat ein Geräusch gemacht. Ich muss sofort wissen, was passiert ist. Das Problem ist halt, wenn es dann wirklich was Dringendes ist. Aber dafür guckt man ja alle fünf Minuten auf sein Handy, ne? und hofft, relevant zu sein. Und dann vergehen drei Tage ohne Nachricht und du kriegst langsam das Gefühl, keiner kennt dich, keiner mag dich. Du hast jeden vergrault. Jeden Relaxo-Liebhaber vergrault. Wegen einem Joke. So schnell kann es gehen. Ich bekomme schon Aggression, wenn man ihr Klacken beim Tippen anhaben. Wenn manche das anhaben. Ja, das verstehe ich auch nicht, wie man das mögen kann. Klick, 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 klick. Oh! Ich kriege Kretze. Warum? Aber weißt du, weil ich die Kretze kriege und ich sehe das so oft? Mr. Happens. Wenn man Comic Sans als Betriebssystem-Schrift auf dem Handy hat. Ich verstehe. Wie? Das kann doch nur Ironie sein. Man kann doch nicht ernsthaft das hübsch finden. Ironisch vielleicht so, hahaha Comic Sans, lass mal Wingdings ausprobieren als nächstes. Das hast du wieder geändert, aber du hattest ernsthaft jahrelang Comic Sans als deine Schrift auf dem Handy. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber du hattest es jahrelang so. Warum? Man kann es doch nicht ästhetisch finden. Das ist doch kaum lesbar. Das sieht so hässlich aus. Was sagst du zum Linkin Park Comeback und der neuen Sängerin? Willst du darüber jetzt reden? Ja, äh, bei dem Video über die Seltenheiten habe ich das falsch gesagt mit den Regis. Aber ich habe einen Kommentar drunter geschrieben, das ist angepinnt, wo ich das korrigiert habe. Im Video sage ich es falsch. In der Beschreibung steht es richtig. Oder in den Kommentaren steht es richtig. Weil mehrere Leute gesagt haben, yo, check das nochmal. Dann habe ich es nochmal gecheckt. Aber ja, es gibt halt super viele Quellen, die sagen, dass es wirkt. Aber eine sehr zuverlässige Quelle sagt, dass es nicht wirkt. Du hast auch keinen Kindwurm gefunden in 100 Stück. Es ist eine Unverschämtheit, oder? Es sorgt dafür, dass es keinen Bock macht, dieses Brutalander. Also, Linkin Park, ganz kurz, die letzten Resets hier. Wenn wir nur die Musik betrachten. Also, Linkin Park war mir schon die letzten fünf Alben egal. Ich mag nur Hybrid Theory und Meteora. Alles danach war mir ziemlich egal. Und zu poppig, nicht mehr hart genug, war mir egal. Trotzdem hat es mich sehr getroffen, weil es so eine der ersten, wie bei uns allen, eine der ersten Bands war, die uns in den Metal gebracht hat. So die Einstiegsdroge. Wenn ich jetzt nur die zwei neuen Songs betrachte, die die gemacht haben, geht halt genauso weiter. Einfach langweilig, Pop, Rock. Gut für die Charts, gut für die breite Masse, aber nichts besonderes. Null besonders. Persönlich finde ich auch, dass wenn man ihr live zuhört, finde ich nicht, dass sie gut singen kann. Aber ich persönlich fand auch nicht, dass Chester Bennington gut gesungen hat. Also, wenn er reingesungen hat, war es gut, aber seine Screams dann zu Gesang und wieder zurück, wurde die letzten Jahre immer schlechter und mochte ich dann irgendwann auch nicht mehr. Deswegen finde ich, es ist sogar vom Klang her, vom Stimmklang her sehr ähnlich und passt gut zu Linkin Park und sollen sie so machen. Ich höre es nicht, aber ich hätte es auch so nicht gehört und ich habe es die letzten Jahre auch nicht gehört. die letzten, letzten Jahre. So, Problem ist nur, weswegen ich nicht verstehen kann, dass das überhaupt alles passiert ist, dass diese Frau eine schreckliche Person ist. Nicht nur ist die Sängerin von Linkin Park einfach eine, äh, das ist jetzt keine schöne Note, auf die wir diesen Stream enden. Aber du hast gefragt. Nicht nur gehört diese Frau zu Scientology, was eine schreckliche Sekte ist, die Menschen sowas von misshandeln. Äh, die ist Teil von Scientology und steht dazu. und weiß ich nicht, ob sie Leute bekehrt, aber wahrscheinlich, weil es dazu gehört, weiß ich nicht. Nicht nur das, zusätzlich hat sie auch noch den Schauspieler, Ah, wie heißt der mit Vornamen? Jimmy? Nee, auf jeden Fall Mason. Äh, der Coole, der, nicht Kelso, das ist ja Ashton Kutcher, der andere aus The 70s, schau. Danny Mason, schau, der war, äh, der Chris weiß es schon. Danny Mason. Danny Mason. Der, äh, ein paar schreckliche Verbrechen begangen hat, oh. Weswegen er auch im Gefängnis sitzt, diese Verbrechen, die er begangen hat, hat sie gut geredet. Also von wegen gesagt, ah, ist nicht so schlimm, was er gemacht hat. Und er sitzt im Gefängnis dafür. Wovon sie sich distanziert hat? Hat sie sich jetzt davon distanziert? Also ist sie nur noch Scientology und nicht mehr Danny Mason Fan? Ja, so oder so, es ist jetzt, sie ist jetzt nicht unbedingt eine Persönlichkeit, die man krass canceln muss. So wie Rammstein. Oder, oder, Lost Prophets. Oder, oder, äh, äh, wie heißen sie? Fucking... As I Lay Dying. So krass ist sie jetzt nicht, finde ich. Aber es ist schon kacke. Und ich verstehe halt nicht, wie man als riesige Band, genannt Linkin Park, sie auch nur ansatzweise so eine Persönlichkeit in die Band holen kann, die ansatzweise solche schon extrem kritische Themen vertritt. Okay, sie hat sich davon distanziert. Okay, schön. Auch komisch, ne? Jetzt. Aber damals nicht? Keine Ahnung. Äh, so oder so. Ich, 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 man kann schon Linkin Park hören. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass man sich jetzt... Also wenn man zum Beispiel Rammstein hört, finde ich... Boah, was bist du? Verpiss dich. So ein Scheißmensch. Aber jetzt Linkin Park finde ich es nicht so schlimm. Aber... Ich verstehe es nicht aus der Perspektive von Linkin Park, wie sie, warum sie das machen mussten. Warum nicht... einen von den hundert anderen Künstlern nehmen, die es genauso verdient haben und vielleicht nicht solche... Ja. 499. 4999. Aber die Musik ist mir relativ egal. Ich finde sie nicht gut. Langweilig einfach. Linkin Park war immer meine Lieblingsband und ich mag, dass sie jetzt eine Frontsingerin haben. Ihren Hintergrund kannte ich jedoch nicht. Ich meine, wenn sie dich wirklich, wenn du die Band wirklich liebst, dann schau vielleicht selber nochmal in die Hintergründe rein. Es ist alles nur Zeug, das ich gelesen, gehört habe. Aber es kann auch sein, dass das alles inzwischen, ne? Es ist halt viel... Vielleicht sind es auch viel Gerüchte und so ein Kack. Wenn du dich wirklich für die Band interessierst, dann kann man da vielleicht ein bisschen tiefer reingucken. Aber mich interessiert es einfach nicht so sehr. Also ich finde es halt interessant, warum sie, wenn sie so eine, sagen wir Vergangenheit dann, vielleicht ist es jetzt nicht mehr aktuell das alles, aber wenn man schon so eine krasse Vergangenheit hat, warum sie eine Band wie Linkin Park riskieren? Wie sehr müssen sie die lieben, dass sie das in Kauf nehmen, so eine schlechte Presse dadurch zu bekommen? Das verstehe ich halt nicht. Du hast einen Subi-Badge? Hast du das nicht schon immer? Also, dir wurde letztens ein Sub geschenkt, Verox. Ich dachte, sie wegen der Klangstimme? Ich dachte, sie wegen der Klangstimme? Ja, es gibt bestimmt genug Künstler, die auch gut passen. Aber ja, wie gesagt, ich finde, dass sie vom Klang her echt ähnlich wie Chester klingt. Das war bestimmt ein Grund, aber das kann nicht der einzige Grund sein. Ich bin mir sicher, dass Linkin Park den Background-Check gemacht hat. Safe. Deswegen kann ich mir nur erklären, dass es ihnen egal war. Das ist ja die einzige Erklärung, dass es ihnen egal ist. Oder dass sie sagen, hey, wenn du Scientology bist, mein Gott, Religionsfreiheit, mach, was du willst. Dass sie halt da in der Hinsicht nicht diskriminieren. Aber kann man ja auch sagen, hey, Linkin Park, yay. Aber auf der anderen Seite so, ha, ha, ha. Aber es muss doch nicht sein. Deswegen denke ich mir, die müssen sie so unfassbar mögen, dass das denen egal ist. Keine Ahnung. Wird mich interessieren, warum. Solange nicht sowas rauskommt wie bei Rammstein, werde ich es weiterhin hören. Ich sage ja, ich finde, das ist alles nicht schlimm genug, dass man jetzt wirklich objektiv sagt, okay, fick die. Es ist halt so ein bisschen, bisschen so, äh, nervig. Äh. Ich habe kein Problem damit, weil ich höre sie eh nicht. Oh ja. Ich sage ja, es ist nicht so schlimm, wie seine Frau versuchen umzubringen. Oder vielleicht, vielleicht. Okay. Mit dieser wundervollen Note. Danke ich euch fürs Zuschauen. Kein Kindwurm heute. Dafür haben wir viele Resets hier gemacht. 5.000 Giratinas haben wir jetzt. 1.800 Regidragos. Auch kein Ende in Sicht. Aber so ist das beim Shiny Hunten. Äh, ich weiß nicht, was wir morgen machen. Vielleicht hier weiter. Ähm, vielleicht woanders. Gen 7 ist relativ durch. Ich will halt, vielleicht suche ich wirklich Kindwurm und dann machen wir, bis ich es wieder verkacke, weiter mit Brutalanda. Und dann wieder hier und wir mischen das einfach so. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, was ihr gerade noch geschrieben habt. Ja, ja. Alles stimme ich zu. Und, äh, wir sehen uns morgen. Tüdelü, tüdelü. Samstag, Samstag, äh, mittags. Solink. Mit Herrn Pappnase wieder. Samstag. Solink. Wahrscheinlich. 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 Bis zum nächsten Mal.